Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe des Tele-Stammtisch-Adventskalenders. Ich bin euer Hauptmoderator für diese Episode, Lasse Vogt, und ich bin nicht allein. Mit mir zusammen sind hier der liebe Dominik. Hallo. Und der tolle Thilo. Ich grüße euch. Und für diesen ganz besonderen Anlass möchten wir uns ganz herzlich gemeinsam willkommen heißen zu dieser ganz besonderen Ausgabe, um der wundervollen Weihnachtszeit zu frönen, ein paar wunderschöne Gedanken und vielleicht einige nicht so schöne Gedanken zu haben. Denn ihr kennt es schon, wir werden hier unsere Tops und unsere Flops, unsere Enttäuschungen und die Überraschungen des diesjährigen Kino- und Serienjahres aufzählen. Tut mir leid, dass meine Stimme irgendwie so sanft ist. Ich werde immer so ein klein bisschen melancholisch, wenn es um die Weihnachtszeit geht. Und außerdem bin ich das so gewöhnt von meinem eigenen Weihnachtspodcast. Ich muss ein bisschen reinkommen hier irgendwie. Sollten wir anmerken, wann wir das hier aufnehmen? Also ich habe hier nicht mal wie die Kerze angezündet oder so. Fackelt euch die Bude nicht ab. Ja, nee, dafür ist noch zu früh. Das ist erst an Silvester. Ah, es ist so wundervoll. So eine schöne Zeit. Nun denn, nun denn, wir werden gleich mal loslegen. Erstmal noch so ein kleines Special Allowancement. Und zwar hat der liebe Max uns gesagt, dass wir noch verkünden sollen, dass zu seinen großen Tops, was er nämlich leider nicht mehr sagen konnte, The Lighthouse, Parasite und Midsommar zählten. Die erreichten bei ihm die 5 von 5. Das sollten wir unbedingt erwähnen. Weiß auch nicht genau warum. Ja, ich glaube, The Lighthouse hatte er zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gesehen. Also ich glaube, über Midsommar hatte er gesprochen und Parasite, glaube ich, auch. Lighthouse wollte er, glaube ich, noch mal hervorheben im Nachhinein, denke ich mal. Ja, verstehe. Das klingt absolut logisch. Ah, meine Stimme ist wieder normal. Und ich bitte übrigens darum, nicht zu spoilern. Midsommar habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, bei mir bestimmte Sachen, allgemein werden wir hier keine Filme spoilern in dem Sinne. Nee, das meine ich. Außer vielleicht welche, die richtig furchtbar waren. Denn wir möchten ja vielleicht auch, dass einige der Zuhörer auch diese Filme auschecken. Und sie haben einige dieser Filme ja vielleicht auch noch nicht gesehen. Garantiert sogar. Also reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Genau. Starten wir doch gleich einfach mal. Ich würde sagen, wir fangen mit Thilo an. Und zwar, wir werden anfangen mit den Flops. Thilo, was waren so deine besonderen Flops? Und welche würdest du da gerne besonders hervorheben? Also welche? Also was mich total enttäuscht hat, meinst du? Nee, nee, also richtig die Flops. Also die, die du wirklich sagen wolltest, die waren scheiße. Naja, waren gar nicht so viele. Aber ich muss sagen, ich habe ja das erste Mal für den Tele-Stammtisch einen Film echt zerreißen müssen. Und das war Glam Girls. Stimmt, ich erinnere mich. Habt ihr davon gehört? Ja, ja, ich erinnere mich. Äh, ich, ich, mir sagt das glaube ich nichts. Das ist dieses Remake mit Anne Hathaway, ne? Und genau, Glam Girls mit Anne Hathaway und Rebel Wilson, von dem ich mir eigentlich einigermaßen was versprochen habe. Und der so unglaublich unsagbar scheiße war, dass mir die Worte fehlen jetzt gerade. Also, wo ich mir gedacht habe, warum? Und, und wie kann sowas heutzutage überhaupt nochmal stattfinden mit so einer Besetzung? Und, ja, also, da fehlen mir echt die Worte noch. Der Film ist so unglaubbar schlecht. Das gibt's gar nicht. Und ich frag mich immer noch, äh, wie, wie, wie kommt sowas zustande und warum? Ja, also, Finger weg, ja? Also, nicht mal fürs Heimkino. Nein, nicht mal für den, für den Abend, wo es draußen schneit und, und, man will sich irgendwie zusammenkuscheln und einen Film schauen. Nein, nicht diesen Film. Gott, ich will. Was für eine Scheiße. Was soll das? Ja, okay, das war mein Flop. Gut, äh, ja, lasse, ich lasse dir den Vortritt. Oh, vielen Dank. Ich, äh, lade mich noch ein bisschen auf. Also, ich hatte, ich hatte mehrere Flops, bei denen ich vielleicht zwei so ein bisschen hervorheben würde. Also, zu meinen Flops zählen willkommen im Wunderpark der Animationsfilm ohne Regisseur. Dann hätten wir da Alfons Zitterbacke, die Verfilmung eines deutschen Buches, welches ich als Kind sehr mochte und der Vorlage nicht gerecht wurde, sagen wir es mal so. Dann haben wir, äh, relativ frisch noch aus einer unserer Besprechungen unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe, ähm, ein, Ja. War der nicht gut? Äh, äh, nein. Ich habe nämlich ziemlich viele Einladungen zur Pressevorführung gekriegt und habe mir gedacht, okay, den lasse ich mal, aber jetzt, wenn du meinst, das war dann wahrscheinlich auch gut so. Das Geile ist, äh, an der, an der Bahnstation von der Hamburg School of Ideas, zu der ich gehe, hing mehrere Tage hintereinander das Plakat. Also habe ich dieses Plakat jeden Abend gesehen auf meinem Weg. Ja, die haben ja richtig, die haben ja richtig viel Marketing gemacht für den Film, so ist ja nicht. Ja, vergleichsweise. Aber wir haben hoffentlich die geneigten Kinozuschauer eines besseren belehrt mit unserer Kritik. Auf den möchte ich aber gar nicht näher eingehen, ähm, denn... Es ist doch, ist doch der Film, von dem, das muss man mal kurz anmelden, ist ja, der Verleih, der dahinter steckt, ist ja derjenige, der Antje Wessels Terz gemacht hat, ne? Ja, glaube ich. Ja. Ja. Richtig, das ist eine schlimme Sache. Hört unsere Folge, unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe dazu, wir gehen da sehr detailliert drauf ein. Es ist sehr witzig geworden, so viel kann ich sagen. Witziger als der Film. Aber die zwei, die ich wirklich hervorheben wollte, wären einmal, ihr könnt euch garantiert denken, was jetzt kommt, sinnlos der Film Der König der Löwen, eins der faulsten Eier der gesamten letzten Kinodekade eigentlich. Die Definition von überflüssig und herz- und seelenlos. Mhm. Äh, viel mehr kann man eigentlich dazu gar nicht sagen. Ich habe, glaube ich, mindestens fünf Podcasts zu diesem Film gemacht. Ja. So oft, ich habe so viel drüber geredet. Bei meinen eigenen Sachen habe ich drüber geredet. Ich habe beim Tele-Stammtuch drüber geredet. Ich habe bei, äh, im Fall von irgendeinem Remake-Ding habe ich gerade hier drüber geredet. Und ich war zu Gast bei YouTuber Matthew Buck und habe darüber geredet. Ich habe wirklich so viel, ich habe über, ich habe über diesen Film mehr gesprochen, als über Filme, die ich mag dieses Jahr. Und das ist, äh, einfach nur traurig. Habt einer von euch den zufällig gesehen auch? Ja. Nein. Ja. Okay. Und ich habe auch nicht das Musical gesehen. Ich auch nicht. Und ich finde auch, dass, äh, wie sagte schon, äh, Heinz Strux so schön, man sollte Hamburg zur Musical-freien Zone erklären. Zwischen. So, Starlight Express, König der Löwen, äh, Fandhunde-Oper, raus, raus, raus. Oh. Ach, Mann. Ja, es nimmt über Hand langsam, echt. Ja, also das mit König der Löwen nervt einfach nur noch. Da gebe ich dir ja absolut, ich meine, wenn man gerade in Hamburg wohnt, selbst dann kann man diesen Marketing nicht bekommen. War ziemlich lustig, wie sich dann halt wirklich die Busse mit den Musical-Motiven und der neuen Filmmotive so abgewechselt haben im Städtebild. Also, Entschuldigung, aber irgendwann ist mal genug. Ja, du hast recht. Hier in München sind wir ein bisschen verschont von. König der Löwen habe ich allgemein auch die Schnauze voll, ja. Und dieser Film hat nicht geholfen, er hat immerhin etwas getan, er hat mir noch einen neuen Respekt und Anerkennung vor dem Originalfilm beigebracht. Und das ist doch auch ganz schön. Okay. Geschenkt. Ja, und zu meinen Oberflop, wahrscheinlich abgesehen davon, denn der Film hat mich in gewissem Sinne noch frustrierter und wütender gemacht, obwohl ich von Anfang an wusste, dass er schlecht wird, höchstwahrscheinlich mein Oberflop dieses Jahr, X-Men Dark Phoenix. Eine Reihe, die sowieso nicht im Mindesten in irgendeiner Form richtig in die Gänge kam jemals, auf diese Art enden zu lassen mit einem Regisseur, der nicht weiß, wie man Regie führt und auch nicht schreibt. Mit einem Cast, der vollkommen schlaff wandelt und dem alles scheißegal ist, bis auf Sophie Turner, die sich hier wirklich Mühe gibt. Das war eine unfassbar frustrierende und auch grässlich belanglose Erfahrung, von der ich wirklich sehr froh bin, dass ich dafür kein Geld ausgeben musste und ich hatte noch einen Gutschein über. Okay. Gut. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich den fließenden Übergang machen bei König der Löwen. Ich kann mich da nur anschließen, das ist mein Flopfilm des Jahres, zumindest im Blockbuster-Bereich. Ja. Ich hab ihn jetzt vor kurzem erst gesehen und bin einfach immer noch sprachlos. Also ich hab danach wirklich eine Leere in mir gefühlt, die ich schon ewig nicht mehr ... Also der ganze Film ist halt auch leer, ausdruckslos, leer, emotionslos. Und ich muss dazu kurz anmerken, König der Löwen ist so mit der prägendste Film meiner Kindheit gewesen. Also das war mein allererster Kinofilm und ja, halt mega prägend und hat auch so meine Filmleidenschaft entfacht. Und das jetzt hier war wirklich so, wie ich's erwartet habe, als wenn ich einen alten Schulfreund wieder treffen würde und bemerken würde, dass er eigentlich kein Mensch ist. Oh, hallo. Also, dass er einfach irgendwie zusammengeschraubter Frankenstein oder Android oder sonst was ist. Das klingt ja echt vernichtend. Ja, so fühlte es sich an, diesen Film zu gucken. Also der ist für mich eine ... Ich glaub, beim Movie Break hab ich wirklich eine 2,5 von 10 vergeben. Ja, aber das ist doch gar nicht schlecht eigentlich. Mama! Äh, ja. Also, die Animation ... Also, man könnte sagen, der Film ist revolutionäre Belanglosigkeit eigentlich. Oder du hast das schönste Geschenkpapier der Welt und eingepackt ist ein Butterbrot, was 25 Jahre alt ist. Und so ging's wie bei dem ersten Narnia-Film übrigens. Ja, also ... Oh, das tut mir leid. Ich mag den gern. Ehrlich? Ich mag die beiden ersten Narnia-Filme. Ich müsste den dritten noch mal sehen. Ich glaub, der war gar nicht so schlecht. Das war der mit Will Poulter. Den hab ich nicht mal gesehen, weil der erste so dermaßen angenärmt hat, dass alles vorbei war. Oh, der erste ist ganz, ganz furchtbar, was Symbolik angeht hat. Richtig. Also, christliche Kacke und, naja. Ja, aber das Buch war auch so in dem Sinne irgendwie, also ... Na, und der Film macht das noch ein bisschen offensichtlicher. Was halt so paradox ist, weil C.S. Lewis und J.R. Tolkien waren ja befreundet zu Studienzeiten und auch irgendwie als Dozenten später. Und während Tolkien halt der strenge Katholik war, war C.S. Lewis eigentlich ein Atheist. Und, naja, also, in den Werken hat sich das halt genau umgekehrt niedergeschlagen. Also, bei Tolkien ist natürlich auch christliche Symbolik drin, aber die wird dir nicht so auf den Hals gedrückt. Genau. Das wird dir nicht so aufoktroyiert irgendwie. Ja, stimmt. Genau. Und das war halt, weshalb der goldene Kompass ja so gefloppt ist. Da gab's ja diese Kontroverse, weil da Christen Sturm gelaufen sind dagegen. Wobei der Film ja gar nicht schlecht war. Und da hat man gemerkt, okay, da sieht man mal, was die wieder für einen Einfluss haben auf das Kino. Davon hab ich halt überhaupt gar nichts mitbekommen damals. Ich wusste nur, hey, der Film, oh, sieht cool aus. Jo, mag ich. Ich hab jetzt noch, weil ich hab einiges tatsächlich, deshalb werd ich das jetzt nur echt kurz umreißen. Also, wie gesagt, König der Löwen ist der Tiefpunkt des Jahres für mich. Ich hab allerdings noch ein paar andere faule Eier und zwar einen Film, den wahrscheinlich keine Sau gesehen hat, außer mir und unser lieber Chef Andi. Nämlich Das letzte Mal aus Deutschland. Ein sehr ambitionierter Film an für sich, der eine Judenfamilie zeigt bei einem letzten Abendessen am Tag der Machtergreifung. Mit relativer Starbesetzung, unter anderem Alster Michael Degen in einer Nebenrolle und Bruno Airon. Und produziert wurde das Ganze von... Bruno, echt? Ja, ja. Produziert wurde das Ganze von Ralf Möller. What? Ja, ja. Das klingt ja sehr interessant. Und Bela B. ist auch in der Nebenrolle. Moment, aber Machtergreifung, wessen Machtergreifung, was? Ja, Hitler. Ach so. Und so 1933. Und ja, der Film hatte viele gute Absichten, ist allerdings nichts weiter als ein Fernsehfilm, der sich ins Kino verirrt hat. Unglaublich krampfig umgesetzt ist. Also das Ganze ist ja praktisch mehr oder weniger so ein Dinnerfilm. Und es wirkt alles unglaublich verkrampft. Die sagen da brav ihre Texte auf. Es ist alles total on the nose. Und der Film versucht irgendwie auch zehn verschiedene Subplots anzureißen, die dann alle nirgendwo wirklich hinführen. Und was ich ganz schlimm finde, dass er halt auch was sehr Relativierendes an sich hat. Nämlich er begünstigt halt diese Haltung zu sagen, dass im Moment halt gerade alles politisch doch irgendwie ähnlich ist wie 1933. Also von wegen jetzt hier gerade mit dem Rechtsruck in Europa oder auch in Deutschland. Und in meinen Augen ist es zumindest eigentlich zu kurz gegriffen, das zu sagen. Weil es gab einfach damals noch viele, viele andere Aspekte, die halt zu Hitlers Machtergreifung geführt haben. Ja. Wie hieß der Film nochmal? Das letzte Mal. Das letzte Mal, okay. Der hatte nur einen Limited Release. Der lief nur einen Tag in den deutschen Kinos. Und da wurden irgendwie Schulklassen reingeschleift. Also irgendwie 100 Vorstellungen gab es irgendwie bundesweit an dem einen Tag. Und etliche Schulklassen wurden mit diesem Film gequält. Ja, wie gesagt, nette Ambitionen, aber nichts geworden. Dann habe ich noch einen Flop vom Fantasy Film Fest, den auch wahrscheinlich keine Sau gesehen hat. Der Thilo hat ihn, glaube ich, gesehen. 100 Pro. Becoming Monsters von einem ehemaligen Kurzfilmer aus Kanada über einen Influencer, der mit seiner Freundin, die ja ständig irgendwie im Internet erschreckt, in einer komischen Kirche absteigt und dann irgendwie erschreckt und erpresst wird. Und das ist absolut cruder Mist gewesen. Also total inkohärent gefilmt, schlecht geschauspielert, keine Spannung. Am Ende lief es trotz einiger medienkritischer Ansätze einfach nur auf das Final Girl hinaus. Also ganz, ganz großer Mist. Ich habe den gesehen tatsächlich und der lief unter der Kategorie, hätte man was draus machen können. Ja, ja, wirklich, wirklich. Also Potenzial hatte der ja, ne? Ja, das Grundsetting war eigentlich gar nicht schlecht, von wegen Influencer und bla 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 und dann werden sie eingeladen von dem alten Schulfreund und dann wachen sie auf und wissen nicht mehr, wie viele Tage sind vergangen und wer ist hinter denen her und dann ist es einfach nur ein cruder Mist gewesen. Genau. Im Endeffekt, aber ... Mit ganz fürchterlichem Soundtrack auch. Ja, aber schade einfach, weil die Ingredienzen waren ja dabei. Ja. Also es war eigentlich alles da, das Setting und die Schauspiele waren auch gar nicht so mies, aber der Film war einfach nur ein Murks. Es war einfach halt, also es ist natürlich irgendwie auch ein B, würde ich fast schon sagen, C-Film. Also insbesondere die Intro-Sequenz, die sogar noch ganz nett war, die sah aus, als wäre sie irgendwo in Oberammergau gedreht worden. Also ... Ja. Gut. Ja, ich hab noch mehr, ich hab noch was vom Fantasy-Filmfest und zwar das heiß geliebte Centerpiece Little Joe. An dieser Stelle einen schönen Gruß an Max Rauscher, mit dem ich den zusammen besprochen habe. Wir waren beide unglaublich ratlos, genervt und gelangweilt von diesem Film und es war eine glorreich lustige Besprechung. Hört da gerne mal rein. Den hast du wahrscheinlich auch gesehen, Thilo? Ja, hab ich. Und du fandst ihn vielleicht besser als wir? Ich fand ihn gar nicht schlecht, mich hat nur der Soundtrack unglaublich genervt. Ja, oh Gott, das war ... Boah, das haben wir im Cast gar nicht erwähnt, das hat mich so geärgert im Nachhinein. Das hab ich auch vergessen. Was war denn mit dem Soundtrack? Der war so unglaublich nervig, das war so ein japanischer Zittersound, der die ganze Zeit einen ins Hirn gehämmert hat. Und irgendwann hab ich gedacht, das darf doch gar nicht wahr sein. Weil der Film war im Grunde so ... Das war so ein bisschen ein Remake von die Körperfresser-Cop. Ja, ja. Oh, okay. Als hätte Wes Anderson versucht, einen Slasher-Film zu drehen, so wirkte der auf mich. Nee, also ich bin mir sicher, das wär interessanter gewesen. Genau, aber dann haben sie so einen asiatischen, japanischen Zitter-Mörder-Soundtrack dir ins Hirn gehämmert. Und der hat das Ganze kaputt gemacht. Oh, das ist schade. Ja, hat, wie gesagt, eh keine Sau gesehen, wobei ich glaub, der bekommt sogar noch einen Release. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja. Dann wechsle ich mal kurz in die Blockbuster-Landschaft. Ich versuch das jetzt hier wirklich abzukürzen. Die Leute, die den Podcast gehört haben, werden es ahnen. Es, Kapitel 2 ... Ach so. Ich wusste es. Noch nicht gehört, äh, äh, noch nicht gesehen, äh, äh, nicht spoilern. Nö, 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 kann man ... Aber ich hab's Buch eh gelesen. Unseren Cast hast du nicht gehört, weil ich war ja der Einzige, den ich mochte. Nee, ich hab ja gehofft, dass die auch den Film beim Fantasy-Filmfest zeigen, weil den ersten Teil haben sie gezeigt. Ja, ja auch. Den zweiten haben sie dann irgendwie nicht mehr bringen wollen. Ja, vielleicht der zweite ist ja auch deutlich hinter den Erwartungen geblieben tatsächlich, also vom Einspiel her auch. Okay. Ja, ganz kurzer Abriss. Also ich mochte den ersten schon nicht und dieser Film hier steht sich selber im Weg. Er hat eine absurde Überlänge, die eigentlich nur dazu da ist, um alle möglichen Sachen aus dem ersten Teil irgendwie aufzuholen über zahlreiche Flashbacks. Das Pacing ist teilweise eine absolute Katastrophe. Das Finale könnte auch locker aus einem Marvel-Film stammen. Ist das schon Standard? Und mit dem Buch hat es teilweise wirklich fast gar nichts mehr zu tun, beziehungsweise alle möglichen Sachen vom Buch sind auf links gedreht, die man vorher beim ersten Teil einfach völlig vernachlässigt hat. Der Film hat seine Momente und Szenen, aber für mich war es ja eine erwartbare Enttäuschung. Also ich hatte wirklich keine Erwartungen großartig an den. Was hatte ich denn noch? Irgendwas hatte ich noch. Ich glaube, ich hatte jetzt auch schon vier Filme. Kann das sein? Ja, siehste, deshalb schreiben es die klugen Jungs auch. Ja, sind wir noch bei den Enttäuschungen oder Flops oder? Nee, nee, also Flops jetzt allgemein. Die Enttäuschungen kommen gleich. Das sind wirklich Flops. Ah, ich hätte noch einen Netflix-Film, der auch schon in einem anderen Podcast erwähnt wurde. Und zwar Polar mit Mats Mikkelsen. Oh, oh, weil den habe ich nicht reingenommen irgendwo, weil ich habe nur die ersten 20 Minuten gucken können und dann dachte ich mir, fuck this. Ja, es sieht aus, als hätte Michael Bay irgendwie ein uneheliches Kind gezeugt in Skandinavien. Der Film, also ohne Mats Mikkelsen würde der völlig auseinanderfallen. Der ist eine absolute Katastrophe in meinen Augen. Okay. Der fällt so schlau, der ist so hässlich. Also, der ist grottenhässlich, der Film, wirklich. Und die Besetzung mag zwar toll sein und zugegeben, Matt Lucas spielt in seiner Rolle so drüber, dass es fast schon gut ist. Und Mats Mikkelsen erdet das Ganze noch. Aber wir haben auch eine Vanessa Hudgens, die total verloren wirkt. Wir haben einen deutschen Export tatsächlich. Und zwar die aktuellste Pomeranze von Herrn Matthias Schweighöfer in der Nebenrolle. Die eigentlich nur dazu da ist, ihre Argumente vorzubringen, sage ich jetzt mal. Es ist ein ganz, 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 ganz kruder Quatsch. Also, nicht angucken. Ich fand den ganz, ganz grauenvoll. Ach so, furchtbar. Wie heißt der? Polar. Polar. Ja, es ist im Prinzip John Wick für Arme. Genau. Gut, werde ich mir nicht anschauen. Ich habe jetzt gerade tatsächlich die Jagd endlich mal gesehen mit Mats Mikkelsen. War wieder sehr begeistert von diesem Menschen, was der für eine Schauspielkunst macht. Aber der macht natürlich nicht immer alles richtig. War jetzt erst die Erstsichtung von dir von die Jagd? Ja, ja. Oh, da muss der dich ja echt weggehauen haben. Also, der ist ja wirklich fantastisch, der Film. Und der hat mich echt weggeblasen. Ja. Also, das ist auch einer der wenigen Filme, die mich nachher auch noch beschäftigt haben. Tage nach nachher. Das schaffen nicht viele Filme. Super. Na gut. Sind wir mit den Flops durch. Wir machen halbwegs. Wir machen nicht ganz so negativ weiter, aber trotzdem kann es negativ werden. Gab es irgendwelche Sachen, die euch dieses Jahr enttäuscht haben? Tilo, hau raus. Ja. Jetzt kommt Tilo aus dem Loch. Oh mein Gott. Ja. Wir sprechen ja nicht nur über Filme, aber ich habe ja auch hier beim Tele-Stammtisch, beim Game of Thrones Cast mitmachen dürfen. Und im Grunde, im Nachhinein jetzt, wo sich das gesetzt hat so ein bisschen, dann muss ich sagen, war leider tatsächlich die letzte Staffel Game of Thrones eine unglaubliche Enttäuschung. Oh, okay. Ja, das sagen alle. Ich bin halt noch nicht so weit, deshalb ist das Problem. Ach so. Ja, also es ist tatsächlich mir passiert, dass ich jetzt reüssiert habe und gemeint habe, okay, das war eine der geilsten Serien aller Zeiten und seit die letzte Staffel vorbei ist, ist es einfach auch so beliebig geworden. Er hat so einen faden Nachgeschmack, ne? Ja, nein, die Serie hat es einfach dermassen runtergezogen. Also, um mal einen Roman von Stephen Fry zu zitieren, wenn du ein Stück Scheiße in einem Aquarium hast, dann kannst du das Stück Scheiße natürlich rausfischen, aber das Wasser ist immer noch verseucht. Oh, okay. Okay. Schöne Analogie zumindest. Ja. Und leider hat es diese geniale, tolle Serie dermaßen kaputt gemacht, diese letzte Staffel. Wobei ich das jetzt auch, ich habe das jetzt schon beobachtet, dass irgendwie Leute, die jetzt mal anfangen wollten, weil sie sich jetzt gesagt haben, ja komm, jetzt ist das durch, jetzt kann ich mir das ansehen, ne? Und dann gibt es wirklich welche im Internet, die sagen, nee, guck dir das nicht an, weil die letzte Staffel ist total scheiße. Und deshalb guckt man sich jetzt die ganze Serie nicht mehr an oder wie? Das finde ich auch, ne? Ja, das ist die Logik. Diesen Effekt gibt es ganz oft, also ganz viele Serien hätten ja irgendwie unbefriedigend dasselbe gab es dabei. Ich verstehe schon, dass das schwierig ist, aber jetzt überlegt mal, erinnert ihr euch dran, wie ihr das erste Mal Matrix gesehen habt? Ja. Ja? Und wie ging es euch, als ihr den zweiten Teil gesehen habt? Ich war es durchwachsen. Damals gar nicht so scheiße, aber da war ich auch 16 Jahre alt, von daher. Ja, aber ich fand, Matrix war einer der geilsten Filme, die ich je gesehen hab und dann kam der zweite Teil und seitdem will ich den ersten nicht mehr sehen. Oh. Obwohl der erste eigentlich schön für sich stehen kann. Ja, genau, den Effekt hab ich gar nicht, ich kann immer noch den... Nein, der zweite hat den ersten kaputt gemacht. Finde ich, finde ich nicht. Ne, gar nicht, ich kann immer noch den ersten gucken, ich kann immer noch den ersten gucken und den... Ja, wenn du wirklich dir den Fuß abschneidest und sagst, okay, dann werde ich das getrennt betrachten, ist okay. Okay, aber leider hat das, also Sequels machen leider viele Filme echt kaputt. Ich hab das zum Beispiel, ich kann mir zum Beispiel auch den allerersten Saw kann ich mir auch angucken und die ganzen Sequels ausblenden, weil der für sich gut steht. Das ist was anderes, finde ich. Ja. Weil das ist, das ist ein bisschen was anderes, weil das sind halt, das ist halt so ein Genre-Ding und da kann ich auch mal drüber wegsehen, auch wenn ich den, keine Ahnung, achten, Freitag der 13. Film anschaue oder so, dann kann ich den ersten auch noch genießen. Aber wenn du sowas machst wie Matrix, wo dann die Typen, die ja denselben Film gemacht haben, herkommen und sagen, ey, ey, dann, ey, wenn euch der erste Teil gefallen hat, dann wartet mal auf den zweiten Teil, der wird noch viel geiler. Und dann kommt sowas und dann stehst du da und denkst dir, was, was habt ihr euch eigentlich gemacht dabei? Was soll die Scheiße, ja? Selektive Erinnerungen halt, ich kann das super. Ich zum Beispiel betrachte die Star-Wars-Prequels nicht als Canon. Okay. Obwohl, ich meine, obwohl die Filme, die Filme sind nicht grauenvoll, halt, die Filme sind nicht grauenvoll, aber halt, die passen für mich so dermaßen nicht ins Bild. Ich gucke mir gerade vor allem die Sequel-Trilogie an, also sie ist ja noch keine Trilogie, aber ich gucke mir diese Filme an und denke mir die ganze Zeit, ja, nö, also das ist alles, die Prequels, das sind Fanfilme für mich, halt, ich habe, ich zähle die nicht als Canon. Das sind die Prequels, das hat keine Auswirkungen auf das, was jetzt noch vielleicht in der Sequel-Trilogie passiert. Das sehe ich eher bei den Star-Trek-Filmen so. Ah, ja, das machen auch viele, aber bei mir ist es halt ... Da ist das für mich okay. Okay. Also bei mir ist es genau umgekehrt, ich sehe eher die neuen Star-Wars-Filme, also vor allem Episode 7 ist für mich ein aufgeblasener Fanfilm eigentlich. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber bei mir ist es halt dann so umgekehrt. Dann schaue ich lieber nochmal Rogue One in der Endlosschleife an, ohne Scheiß. Nee, aber das ist für mich auch, das ist auch Fanfiction für mich. Es ist Star-Wars-Porno, ehrlich gesagt. Ja, aber geil. Ja, das ist gute, gute Fanfiction, also ich fand den nicht ... Aber geiler Porno. Nur Höhepunkte, ne, der Film hat ... Genau, genau. Kurz das Mal als Einwurf, ich hatte mal, vor über zehn Jahren kam ja, glaube ich, der Bader-Meinhof-Komplex, glaube ich, raus. Und da hieß es in irgendeiner Kritik mal, ja, der Film sei ein Polit-Porno, er bestehe nur aus Höhepunkten. Okay, dazu sage ich jetzt nichts. Du meinst ... Also gut, Game of Thrones, eine Enttäuschung für dich. Gab es sonst noch irgendetwas, was du da erwähnenswert findest oder eher nicht? Ja, Rambo. Last Blood, ja, ja. Ist die Frage, ob der eine Enttäuschung war. Nein, also, da bin ich ja so ein bisschen ambivalent, weil ich hab mir den sehr vorurteilsfrei angeschaut und ich fand den letzten auch richtig geil und den ersten natürlich ist sensationell und der zweite ist einfach ein geiler Actionfilm und der dritte ist einfach nur ein hammerblöder Actionfilm, aber geiler Actionfilm und der dritte, äh, der vierte ist es, ja. Der fünfte. Der hat's einfach nicht gebracht. Weil das war dann, das war dann wie Kevin allein zu Hause für Erwachsene. Du hast dir den nicht vorurteilsfrei angeguckt. Lustig, denn so viel ich gehört hab, ist der Film nicht vorurteilsfrei. Hast du's besser als der Film gemacht, ja. Ist doch was. Ja, ich hab schon gehört, der ist politisch richtig schwierig auch, ne? Aber waren das ... Ich hab keinen der Rambo-Filme gesehen, nie. Ich hab halt gehört, der erste ist halt nicht das ... Der erste ist so ein bisschen wie irgendwie der Saw, der originale Saw im Vergleich zu den anderen Filmen. Ja. Weil's da tatsächlich noch halt ... Ich weiß halt, worum's im ersten Rambo-Film geht und ich guck mir da die Handlung von zwei und drei an und denk mir, das ist überhaupt nichts. Was? Wie zur Hölle ging das jetzt vonstatten? Aber halt deshalb, also ich würde halt den ersten Mal sehen, eben durch seine Wichtigkeit auch in der allgemeinen Kinolandschaft. Aber danach wär ich dann, glaub ich, auch fertig damit. Ich hab mal so eine Review gesehen vom zweiten Teil. Denk mir, Gott, schlimm. Aber ja, es ist ... Also der zweite, der war halt total reaktionär, aber es war einfach ein gut gemachter, handwerklich solider Actionfilm. Ja, handwerklich. Das muss man halt mal so sehen. Muss man dem lassen. Ja, und der dritte war halt dann schon eher so ... Muss das sein? Obwohl der ja ganz netter Trash ist eigentlich. Ja, und beim vierten, da haben sie ja wieder so ein Reboot gemacht und dann war das wieder cool irgendwie. Dann hat man alles gesehen, was er sehen wollte. Ziemlich viel Gore drin, ein Bodycount, der seinesgleichen sucht. Und das hat gepasst. Aber bei dem letzten Rambo, der war einfach nur so ... Wie gesagt, das war nur so ... Ja, was soll das eigentlich? Danke. Ich ziehe den Rambo-Film echtes Kino vor wie Hot Shots Part 2. Thank you very much. Oh Gott, ja. Hot Shots Part 2 ist immer noch unerreichter ... Unerreichter Action-Parodie-Film von Zucker, Abrams Zucker. Also ... Ehrlich. Da kommt nichts drüber. Wundervoll. Vor allem auch mit einigen Leuten aus Rambo. Was eben auch so geil ist. Ja, und vor allem auch mit Martin Sheen und Charlie Sheen. Ja, großartig. Du warst klasse in Wall Street. Bestes Däder, oder? Ja, das ist ehrlich. Du warst super in Wall Street. Du auch. Tino, hast du noch was? Ja, ich hab tatsächlich noch was. Und zwar auch vom Fantasy-Filmfest. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat, war Three from Hell. Ach, den Rob-Zombie-Film. Der Rob-Zombie-Film. Nope, thanks. Und nachdem der sich bei mir ein bisschen gesetzt hat, muss ich sagen, dass der eigentlich ziemlich scheiße war. Who the fuck? Du warst ja, glaub ich, sehr gespannt drauf, ne? Ich hab mich darauf gefreut. Ich hab auch den Film davor sehr gemocht. Den Rejects from Hell. Oh, ich weiß, welchen du meinst. The Devil's Rejects. So heißt der. Nee, aber das war ja nicht der Rob-Zombie-Film davor. Dieser 31, glaub ich, ne? Ja, 31. Ja, 31, genau. Doch, doch. Devil's Rejects ist ja der Vorläufer von Three from Hell. Ach, stimmt, der ist das Sequel. Ja, ja, genau. Ich dachte, du meinst den letzten Rob-Zombie-Film allgemein. Es ist ja so eine Trilogie. Das war House of Thousand Corpses, der erste, dann Devil's Rejects und dann der Three from Hell. Und ich hab den ersten, muss ich gestehen, immer noch nicht gesehen, aber der Devil's Rejects, der hat mir sehr gut gefallen. Und der Three from Hell, der war einfach nur so generisch dämlich für Fanboys gemacht. Und der ist einfach nur unterirdisch scheiße eigentlich, find ich. Ja. Im Nachhinein. Also so beim Anschauen im Kino, da hat er Spaß gemacht und dann hab ich, wie gesagt, der musste sich erst mal setzen. Dann hab ich gesagt so, was wollte der eigentlich mir jetzt erzählen mit dem Film? Ja, ich baue jetzt irgendwie so coole Ikonen auf, weißt schon, wie Jason und Freddy und bla bla bla. Ja, wie die Firefly Family. Ja, und meine Frau, die spielt da halt auch mit und bringt halt die voll coole Stil-Ikone mit, weil die halt die krasseste ist, die alle umbringt und so. Äh, sorry, aber auch die Effekte waren halt so billig und scheiße und naja. Ich schweife ab. Ein bisschen. War's das mit deinen Enttäuschungen nachher je? Ja, das war eigentlich eine böse Enttäuschung, weil der Film ging halt voll in die falsche Richtung und vom Rob Zombie, mit dem kann man sagen, was man will. Ja, aber der hat mich in der Hinsicht echt enttäuscht, weil der einfach nur so der Fanbase nachgehumpelt ist, finde ich. Das machen ja viele heute, ne? Jetzt gebe ich denen halt, was die sehen wollen, ja. So die Typen, die alle geil und cool umbringen und immer die coolsten sind, wo ich mir denke, sind das Role Models? Es ist eine eine Sache, wenn ich irgendwie für Freddy roote oder für Jason roote und eine andere Sache ist. Weil es noch so ein bisschen abgehobener ist und so fantastisch in gewissem Sinne, ja. Ja, genau. Und eine andere Sache, ob du für irgendwelche Typen rootest, die einfach Leute foltern, vergewaltigen und so weiter, für nix. Und da habe ich mir gedacht so, ja, das kann es jetzt auch nicht sein. Also irgendwie, da hatte ich irgendwie mehr Spaß mit Freddy und Jason in den 80ern. Will schon was heißen. Ja. Jopp, allerdings. Weitere Enttäuschungen von dir oder waren das deine Runners-up? Nö, jetzt fällt mir eigentlich auch nichts mehr ein. Wenn ich abwitschen könnte. Na gut, mache ich weiter. Ich habe tatsächlich nur zwei. Und das sind halt in dem Sinne eine, wo ich halt nicht sage, oh, das ist ein grauenhafter Film. Sie waren halt bloß zu einem gewissen Grad eine Enttäuschung. Der eine ist Men in Black International, wo ich halt wirklich große Hoffnungen hatte, basierend auf der Besetzung und den Leuten dahinter. Leider, leider ist es nur so eine halbherzige Angelegenheit geworden. Der Film hatte anscheinend unglaubliche Behind-the-Scenes-Schwierigkeiten, wo der Regisseur mehrfach das Projekt verlassen wollte. Die Schauspieler haben ihre eigenen Autoren angeheuert für die Gags und alle haben irgendwie so alles aneinander vorbeigemacht in irgendeiner Form. Der Film hat ein paar gute Schauwerte, inszeniert die Plätze sehr schön, halt die verschiedenen Orte. Ist halt schön, mal die Men in Black so in Italien und London agieren zu sehen. Die Schauspieler sind gut, weil ich einfach die Schauspieler mag, aber sie haben halt nicht besonders viel Chemie in irgendeiner Form. Was so komisch ist, weil die beiden haben so toll funktioniert in Thor 3. Die Musik ist nach wie vor gut, es ist technisch gut gemacht, man vermisst halt nur praktisches Alien-Make-up. Letztendlich ist es halt nicht mehr als eine weitere Men in Black-Mission. Und wo man halt wirklich sieht, das Konzept könnte funktionieren ohne Tommy Lee Jones und Will Smith. Wirklich das Konzept selber könnte einen Film tragen, wenn nur das Drehbuch in irgendeiner Form besser und entschlossener wäre. Hat einer von euch den gesehen? Äh, nee. Leider nicht. Stu hat den mit dir besprochen, das weiß ich nicht. Also nicht spoilern. Och, Tilo. Will Smith hat ein Kameo. Oh, ja. Nein, hat er nicht. Schade. Hat er nicht. Obwohl, technisch gesehen ja, weil man sieht ein Porträt von der Schabenszene im ersten Teil. Ecker. Also quasi halt so ein Andenkensporträt an alte Misie. Ecker. Da ist Will Smith drauf. Aber ja, das ist halt auch schon alles. Die andere Enttäuschung, damit werde ich vielleicht viele anpissen, aber mich interessiert das ein Dreck. Godzilla, King of the Monsters. Oh, ja. Ich war, ich bin kein wirklicher Godzilla-Fan in irgendeiner Form. Ich kenne mich da nicht gut aus. Ich habe halt nur ein paar der Filme gesehen, aber ich war einigermaßen gehypt wegen des Regisseurs. Michael Doherty, welcher einen meiner Lieblingsfilme aus einem der Vorjahre gemacht hat, Krampus. Und ich dachte mir, hey, der Typ kann diesem Film garantiert mehr Persönlichkeit verleihen als so ein Langweiler wie Gareth Edwards. Was herausgekommen ist, ist ein konfuses Chaos, wo man merkt, wenn man einem kreativen Typ ein Megabudget gibt, ist das nicht immer die beste Wahl. Denn Doherty hat jegliche Kontrolle verloren, schmeißt alles auf die Leinwand und achtet nicht mal darauf, was in irgendeiner Form kleben bleibt. Der Film ist kompletter Overload. Die Action ist nicht gut gefilmt, was seltsam ist, weil alles digital ist. Da sollte man meinen, die hätten bessere Kameraführung. Viel zu nah dran. Es ist alles viel zu überwältigend. Alles wird bedeckt von Schnee und Regen und Blitzgewitter, wann immer Ghidorah onscreen ist. Die Menschen sind vollkommen verschenkt. Die gesamte Castlist ist verschenkt. Und das sind geniale Schauspieler, die sie da haben. Ja. Absolut großartig. Brian Cranston? Nee, ich mein, Brian Cranston war im ersten Teil und der war da auch verschwendet, ja. Hier war Charles Dance, aber der spielt gern mal in Scheiße mit. Ja, Charles Dance ist hier auch halt nicht der Rede wert. Das ist halt wirklich komplett. Aber so viele tolle Leute und so ziemlich alle, eigentlich ja alle sind verschwendet. Godzilla ist wieder nur ein Nachgedanke. Hat hier wirklich auch nicht so viel zu tun. Ich hab so ein furchtbares Fremdschämen-Video gesehen, wo halt jemand mitgefilmt hat, wie irgendwelche Fans den gucken im Kino. Und die jubeln jedes Mal, wenn auch nur irgendeine Spur von einem Monster im Bild ist. Es ist so peinlich. Und halt von wegen anscheinend immer nur diese ganzen Leute, die den Film abfeiern, die wollen nur hohle Action. Gut, meinetwegen, für den, der es mag. Ich kann mich auch für hohle Action begeistern, aber ich hätte gern gut gefilmte Action und noch irgendwelche Charaktere, an die ich mich binden kann. Aber stattdessen bekommen wir hier die dümmste Umwelt-Message ever von der Latze geknallt. Halt wirklich, ich hab noch nie etwas Blöderes gesehen. Nein, dieses Drehbuch, dieser Plot ist so eine Scheiße. Die Visuals sind gut, wenn man sie sehen kann. Der Score von Bear McCreary ist einer der Besten des Jahres. Fantastische Musik. Und die Szene mit Rodan, wenn er erwacht und dann ein paar Jets in Niedermed, die war gut. Die war gut gefilmt, die hat Spaß gemacht. Der ganze Rest ist unterwältigend. Zu viel. Ich hatte furchtbare Kopfschmerzen am Ende und ich wollte nur nach Hause. Okay, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Ich wurde auch reingeschleppt in den Film von einem Kumpel, der absoluter Godzilla-Superfan ist, der sogar in Tokio in dem Godzilla-Store war und mir eine kleine Godzilla-Figur sogar mitgebracht hat aus dem Original-Tokyo-Godzilla-Store. Und der hat gemeint, er hat den Film total gefeiert, weil der Film einfach genau das macht, was er erwartet hat. Und ja, du erwartest da keinen guten Plot. Schau mal die Godzilla-Filme von den 70er Jahren an. Ja, Entschuldigung, aber wenn du Godzilla-Fan bist, dann musst du ja auch nicht viel erwarten. Du erwartest ja auch nicht, wenn du ein Zombie-Fan bist und die Lucio-Fulci-Filme liebst aus den 70ern, da erwartest du ja auch nicht irgendwie ein geiles Drehbuch und tolle Dialoge oder was weiß ich. Nein, nicht meine Jagda. Er hat gesagt, da ist genau alles dabei gewesen, was ihn geflasht hat, ja, da waren halt die Monster-Action und mehr wollte er eigentlich gar nicht haben. Und deswegen fand er den Film geil und deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Ja, bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das auch halt. Ich kann mich für hohe Action auch begeistern in irgendeiner Form, aber ich möchte gut gefilmte Action und ich möchte, wenn ich schon ein gutes, ich meine, ich erwarte kein Shakespeare, wenn ich in sowas gehe. Aber ich erwarte einen Plot, der Sinn ergibt, der in irgendeiner Form schlüssig ist, Materie, mit denen man irgendwie mitfiebern kann. Entschuldige, bei Godzilla? Ja, aber ich meine, komm, ich meine, der erste, ich meine, der erste, ja, natürlich, die späteren wurden dann halt totaler Trash, aber die funktionieren innerhalb der Welt. Godzilla vs. Frankenstein. Aber die funktionieren innerhalb der Welt ihres Films in irgendeiner Form. Ja, Shin Godzilla ist ein positives Beispiel. Ja, oder auch der Original Godzilla, wo es nicht wirklich um den Plot geht, sondern halt um die Message und das Konzept selber. Und das kann man dann auch absolut verstehen. Message bei Godzilla. Ja, ich meine, es ging ja, ich meine, Godzilla war ja symbolisch für Atombombe, bla bla bla, das ganze Zeug. Und das ist ja auch alles schön und gut. Und dieser Film hier versucht irgendwie das beides zu verbinden, diese Trash-Seite und gleichzeitig irgendwie dieser ernsthaft düstere, kataklysmische Blockbuster. Und das funktioniert beides nicht. Es clasht mehr ineinander als die Monster on Screen. Es ist, ja. Okay, da hat es für dich nicht funktioniert. Aber wie gesagt, also, ich bin auch überhaupt kein Fan von diesen Creature Features. Und ich war da drin und gut, ich habe dann meinen Nachos gefressen und habe mir das angeschaut. Und naja, fand es ganz nett. Und mein Kumpel hat es halt total gefeiert. Der hat gesagt, genau das will ich sehen. Also, deswegen muss ich sagen, hat der Film einfach seine Berechtigung. Ja, ich meine, mir hat es einen tollen Score gegeben. Einer meiner Lieblingskritiken dieses Jahr. Dann siehst du mal. Ja, klar, natürlich. Jeder Film kann in irgendeiner Form etwas Gutes. Zumindest zu guter Musik stumpf rumgewalzt. Ist ja auch fast. Ja, ja. Ja, dann machen wir das. Ja, aber das war es mit meiner Täuschung. Ich meine, ich habe nicht irgendwie erwartet, oh, das wird irgendwie das Beste. Ich habe in irgendeiner Form nur erwartet, unterhalten zu werden. Und der Film hat mich nicht unterhalten. Du hast gedacht, Godzilla wird endlich irgendwie fürs Fouilleton. Ich dachte halt eher, irgendwann kommt Nick Fury. Ich war total enttäuscht nach dem Abspann, dass da ... Ja, siehst du. Ja, wie gesagt ... Und es gab bestimmt keine Post-Credit-Szene zu ... Gab es, gab es. Man muss immer an die Zielgruppe denken. Ja, aber halt ... Gott, man muss aber die Zielgruppe ... So wie du bei Drei-Ausrufe-Zeichen, ne? Ach, oh, da sind wir schon wieder beim nächsten Film. Ja, aber vorher bin ich noch dran. Ja, genau. Was sind deine Enttäuschungen, Dominik? Meine Enttäuschungen ... Ich fange mal wieder an mit einem Netflix-Film. Und zwar, also schlecht ist der nicht gewesen, aber doch irgendwie eine Enttäuschung, wo ich ihn auch dann noch mal gesehen habe. Und zwar der Breaking-Bad-Film El Camino. Oh, okay. Nicht spoilern, noch nicht gesehen. Nee, kann man ... Da kann man ehrlich gesagt nicht großartig spoilern. Der ist ... Du willst jetzt schon ungefähr wissen, worum das geht, Thilo, ne? Also, das hat Jesse Pinkman ... Also, ich hab Breaking Bad sämtliche Folgen gesehen. Ja. Also, Jesse Pinkman wird ja in den Fokus gerückt von dem Film. Und ja, es funktioniert leider nicht. Und der ganze Film, der ringt irgendwie für mich 130 Minuten darum, um halt relevant zu sein. Und am Ende gesteht er sich ein, dass er eigentlich nicht wirklich relevant ist. Er ist okay. Er ist ein ganz netter Nachklapp, der aber irgendwie sechs Jahre im Verzug kam. Und es ist auch unglaublich schwer, da wieder reinzukommen, wenn man jetzt Breaking Bad nicht mehr ganz so präsent hat, was ein Großteil der Zuschauerschaft abdecken dürfte. Könnt gerne in unsere Besprechung reinhören. War eine sehr schöne Besprechung. Wir haben bestimmt eine Stunde über El Camino gesprochen. Zu viert. Ja, war eher eine Enttäuschung. Dann hab ich noch einen Film, der war auch eine Enttäuschung und auch vom Fantasy-Filmfest. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Thilo. Light of My Life, die Regiearbeit von Casey Affleck. Ja, hab ich gesehen. Oh. Ja, war für mich tatsächlich auch eine ziemliche Enttäuschung. Warum hattest du Erwartungen? Weil ich durchaus neugierig war auf Casey Affleck als Regisseur. Und weil ich Endzeit-Filme einfach mag. Und man hätte ... Und grad deshalb hat mir der Film eigentlich gefallen. Okay. Weil für mich ... Er ist unglaublich langsam. Oh, ja. Ja, ja. Ich mein, wenn man sich überlegt, dass die ersten, glaub ich, 15 gefühlten Minuten nur davon handeln, wie er eine erfundene Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Ja, furchtbar, furchtbar. Aber, also, dieses Grundsetting fand ich erst mal seit Children of Men richtig krass. Von wegen, dass es einfach keine Frauen mehr gibt. Und er sie dann, also, seine Tochter dann irgendwie beschützen muss. Und das ganz schleichend immer kommt, diese Bedrohung. Und wenn die mal stattfindet, dann wird sie auch richtig krass. Also, was ja am Ende so kulminiert ein bisschen. Und deswegen hat mir das eigentlich sehr gut gefallen. Aber ich verstehe auch vollkommen jeden, der sagt, er kann damit nichts anfangen. Also, für mich war der Knackpunkt einfach ... Ich weiß nicht, hast du The Road gesehen mit Viggo Mortensen? Ja. Der ist extrem ähnlich. Also, sogar die Erzählweise ... Absolut. Die Erzählweise ist hier ähnlich. Auch mit der toten Frau in Rückblenden und so'n Zeugs. Und man hatte auch den Eindruck, also, Potenzial hatte das Ganze. Aber, ich weiß nicht, irgendwie hat das auch einen sehr faden Nachgeschmack hinterlassen, dass sich Casey Affleck hier auch so ein bisschen als Vater des Jahres hinstellen will. Nachdem er ja ziemlich in Verruf geraten ist. Und auch, dass dann ... Also, er hat das Ding auch geschrieben. Und dass er halt ... Also, weißt du, erst hat er irgendwie MeToo-Vorwürfe. Und dann schreibt er einen Film, in dem sämtliche Frauen ausgestorben sind. Also, das hinterlässt einen merkwürdigen Nachgeschmack. Symbolisant! Ich fand den ... Also, ich fand den nicht total scheiße. Die Jung-Schauspielerin fand ich unglaublich gut mit ihm zusammen. Aber der Film, der war irgendwie auch zu verliebt in sich selbst, hatte ich den Eindruck. Also, total scheiße fand ich den nicht. Ich kann auch verstehen, wenn man was an dem mochte, der war halt für mich, ja, The Road in Schlechter einfach. Also, der hat so viele Parallelen zu The Road. Das ist unglaublich. Das stimmt. Unglaublich. Und ich kann, wie gesagt, völlig nachvollziehen, wenn Leute mit dem Film nichts anfangen können. Aber ich, wie gesagt, ich hab den im Fantasy-Filmfest mit der Dauerkarte einfach so der Flatrate gesehen. Und insofern hat er mich nicht enttäuscht und hat mich nicht dazu gedrängt zu sagen, das war jetzt verschwendete Lebenszeit. Sondern, wie gesagt, der ist halt sehr langsam, sehr elegisch. Und ich fand einfach diese Grundprämisse, also, die ja wirklich beängstigend ist, hat er gut rübergebracht. Ja, er macht halt nicht viel daraus, so rein plottechnisch. Aber das liegt vielleicht auch daran, also, ich bin, also, ich mag so Szenarien, aber ich bin auf der anderen Seite dann irgendwie vielleicht doch zu sehr Plotfetischist. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, klar, es ist kein Children of Men gewesen, der ja so ein bisschen ähnlich in die Kerbe haut. Und der war natürlich um Längenesser. Ja, und auch The Road halt, ne, von Joe Hillcoat. The Road fand ich jetzt auch besser. Ja, es ist ja im Grunde alles schon auch mal da gewesen und schon mal gesehen. Und der Film, der ist halt wirklich schwierig in gewisser Weise, weil er so unglaublich langsam ist. und sich so viel Zeit lässt. Aber ich fand einfach diese Grundprämisse, wo sie da sich dann auch niederlassen bei diesen Leuten und weiß nicht, kann man denen trauen und so, da war diese Bedrohung im Hintergrund immer da und dann bricht sie irgendwann los. Und das fand ich eigentlich gut. Aber ich, wie gesagt, ich kann völlig nachvollziehen, dass Leute mit dem Film nichts anfangen können. Tja, was kann man dazu sagen als Hit the Road, Casey? Don't you come back no more. Ich hab noch was, noch einen Netflix-Film, den ich kurz ansprechen möchte. Der kam Anfang des Jahres raus, war riesiger Hype. Erst von wegen, ha, da kommt endlich mal ein guter Film auf Netflix. Und dann auch noch von dem Regisseur, der vorher Nightcrawler gemacht hat, die Kunst des toten Mannes im Original, Velvet Buzzsaw. Ein unglaublich kruder Quatsch zwischen Thriller, Giallo und ja, im Vita war so schon Satire. Funktioniert alles nicht so wirklich. Ein Jake Gyllenhaal, der jetzt nicht schlecht ist, aber auch nicht so wirklich überzeugen konnte. Also längst nicht so wie Nightcrawler. Oder in Spider-Man Far From Home. Ja, da hab ich nicht gesehen, keine Ahnung. Und ja, also auch schon wirklich eine Enttäuschung, weil die Trailer sahen unglaublich gut aus. Es wirkte halt mal nach was anderem. Und der schien halt sehr eine Kerbe zu schlagen. Halt auch mit Jake Gyllenhaal, wenn auch nur in der Nebenrolle damals hier. Nocturnal Animals, da hatte ich eigentlich so die Hoffnung, dass der eher in die Richtung geht. Oh, den fand ich gut, Nocturnal Animals. Wollte er auch, ist halt so stilistisch sehr ähnlich. Aber der Film ist halt auch ein bisschen selbstbesoffen tatsächlich. Und es ist sehr schade, weil wär halt auch wieder Potenzial da gewesen. Und dann hab ich noch einen Flop, den ich nachschieben muss. Okay. Und zwar eine Dokumentation, die ich mit dem lieben Kollegen Christopher auseinandergenommen habe, die auf den schönen Namen Becoming Animal hört. Was ist das? Das ist eine Doku von einem Naturforscher, der einen Naturspiritualisten durch die Walachei begleitet, wie er sich auf Berge stellt, die die Arme ausbreitet und sich vorstellt, er war ein Vogel. Springt er? Und das Ganze wirkt wie so ein verunglückter Terrence-Mellick-Abklatsch. Oh Gott. Von jemandem, der irgendwie noch so von Woodstock ein bisschen drauf ist anscheinend bis heute. Und vor allem das Schlimme ist, wir haben uns dann am Ende der Review wirklich da offen drüber lustig gemacht, der Film ist praktisch ASMR the Movie. Also wir haben da wirklich dann irgendwie so minutenlange Einstellungen von fließendem Wasser und dann hörst du im Hintergrund ihm wirklich Ah, the water is floating and everything floats and everything in every creature around in this world just flows and we have to be quiet. Ja, das ist bei Doku-Filmen halt immer auch so ein Problem, dass man manchmal denkt so, Leute, was macht ihr da eigentlich? Steht er auf dem Gipfel und schreit, Krach, Krach! Nee, das nicht. Das wäre unterhaltsam gewesen. Es gibt dann irgendwann so eine Stelle, wo er irgendwie Fell auf eine Kamera gebunden hat und dann irgendwie visualisieren will, dass jetzt irgendwie ein Vogel fliegt oder so. Es ist einfach nur rudeste Scheiße. Und wir haben uns, also das ist am Ende unserer Reviews, das ist ganz spontan entstanden, wir haben uns dann wirklich so in ASMR-Manier haben wir uns halt aus dem Podcast verabschiedet. Ich hab dann einfach hier, also wir haben dann irgendwie improvisiert, ich hab hier irgendwie mit einer Quittung rumgeraschelt und so eine Scheiße. Das hat leider kaum einer gehört, aber das war auch eine glorreiche Besprechung. Das ist sehr interessant, die beschissensten Filme haben immer die besten Besprechungen. Also der war wirklich ein Haufen Scheiße, der Film, wirklich. Also so ein Pseudo-esoterischer New-Age-Scheiß, den ich wirklich seit Jahren nicht mehr gesehen hab. Als hätte jemand Terrence Malick und Darren Aronofsky besoffen gemacht und ihnen sämtliches Talent geklaut, wirklich. Oh Mann. Okay. Ja, grad bei Dokus kommt so viel Müll raus teilweise, das ist ja nicht mehr ertragbar. Sag mal, dürfen wir auch über Filme sprechen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Kino kamen? Klar. Hauptsache sie waren 2019 Sachen. Weil da ist mir noch was eingefallen. Der gröbste Murks, den ich gesehen hab, war Escape Plan 2. Oh, das gibt doch schon Teil 3. Ja, jetzt gibt's schon Teil 3. Und der zweite Teil, ich wollte so ein Double Feature machen, also hab ich auch gemacht. Den ersten mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, das muss man ja erst mal erwähnen. Der hat echt Spaß gemacht. Klar ist der irgendwie auch nicht wirklich schlüssig und bla bla bla. Und der zweite Teil, das war einfach nur, also ein, ich hab selten so einen Murks gesehen. Das gibt es gar nicht. Ich hab mir gedacht so, was soll das? Und Sylvester Stallone natürlich auf dem Cover drauf, der 15 Minuten zu sehen ist. und David Bautista, den sie einfach nur irgendwie reingeschnitten haben. Hab ich auch gehört. Und ich denk mir so, was sollte das? Was war das für ein unglaublicher Scheiß-Murks? Wie kann man sowas fabrizieren? Also ich wollte wirklich meine Lebenszeit wieder zurückhaben. Und das hab ich selten bei Filmen. Der kam im Ausland schon früher raus. Der war auf jeden Fall auf Matthew Bucks Worst auf der Liste von letztem Jahr. Das hatte ich gesehen, die Liste, ja. Gott, schlimm. Was für ein Bullshit, echt. Oh je. Also den, den, den möchte ich nochmal erwähnen, weil, äh, Finger weg, Leute. Wenn euch der erste Teil gefallen hat, schön, aber schaut den zweiten bitte nicht an. Der ist so unglaublich scheiße. Aber was, vielleicht ist Teil 3 besser? Der, der, der soll angeblich nicht ganz, also verhält sich wahrscheinlich so wie, äh, Starship Troopers 2 zu 3. Ja. Ja. Oder die Universal Soldier-Reihe. Ja. Ja, genau, genau. Das ist sehr gut. Wobei Teil 4 ist großartig. Ja, siehst du mal. Ja, irgendwann kam mir wieder ein guter Teil raus. So ist ja nicht, also. Das sind die Fast and Furious unter den, den Trash-Reihen eigentlich. Ja, genau. Ich dachte öfter mal, das. Ne, aber das wollte ich nochmal erwähnen, weil, äh, der hat mich so unglaublich aufgeregt, der Film. Okay. Das, das gibt's gar nicht. Was sind doch alles für Sachen ausgegraben werden letztendlich. Wahnsinn, ja. Haben wir eigentlich auch eine, haben wir eine Sektion irgendwie auch für Geheimtipps oder Überraschungen vielleicht? Ja, genau. Deshalb, dazu wollte ich halt eben kommen. Sachen, die uns überrascht haben. Ja. Und zwar in, und zwar in positiver Hinsicht. Das wäre jetzt die nächste. Mhm. Dann, äh, fang mit dem Antilo. Gab es irgendetwas, das dich überrascht hat? Wo du vielleicht von, wo wir von vornherein dachten, äh, das wird nix oder da zweifle ich doch dran oder ich hab überhaupt keine Erwartungen und dann wurden die in irgendeiner Form übertroffen? Ähm, ich hatte so ein paar Sachen, die ich, äh, gar nicht auf dem Schirm hatte und dann mich sehr positiv überrascht haben. Das war zum Beispiel, äh, Kursk, der Film, Thomas Winterberg. Mhm. Mhm. Der kam von der Kritik nicht so ganz gut an, aber, äh, mir hat er sehr gut gefallen. Vor allem, weil, äh, Matthias Schweighöfer sofort drauf geht. Pfff. Ja. Da hab ich der netten Dame vom Verleih dann auch erzählt, so, ich wär fast rückwärts wieder raus, als ich den gesehen hab. Hat sie gemeint, ja, aber der steckt so hinter. Hat sie auch gemeint. So eine, so eine Triggerwarnung extra für Tilo. Ja, 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 genau. Und, ähm, ansonsten fand ich den Film, äh, eigentlich, äh, sehr gut. Also, ich mag eh so U-Boot-Filme, das Boot ist einer meiner Lieblingsfilme und der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Und das Ganze, ganz gut rübergebracht, was so, äh, man gar nicht wusste auch, was damals passiert ist. Äh, so, als die Sowjetunion, äh, kollabiert, ist, äh, so, äh, Post-Tschernobyl-Zeit eigentlich. Ähm, deswegen fand ich den ganz gut. Official Secrets hab ich, äh, gesehen in der Presse und der hat mich sehr, sehr fasziniert. Ein, äh, großartiger Film eben über diese Zeit, als, äh, es darum ging, den Irak zu invasieren. Und, äh, die Geheimdienste versucht haben, da irgendwie eine, ja, Rückendeckung, äh, von der UN zu kriegen, äh, um den Irak zu invasieren. Und der hat mich sehr, sehr fasziniert, weil der sehr geradlinig und sehr ruhig war. Das, äh, hat man gesehen, dass, dass, äh, wie gesagt, wenn man heute Donald Trump, äh, im Amt sieht, dann wirkt das fast schon ein bisschen harmlos, aber damals war George W. Bush an der Macht und, ähm, der mit Tony Blair das, äh, quasi, ja, versucht hat, äh, eine Rückendeckung zu kriegen. Da hat man gesehen, wie, wie das hinter den Kulissen ablief, für, für den kleinen Mann oder die kleine Frau in dem Fall. Der hat mich sehr, sehr fasziniert, der Film, Keira Knightley, wirklich sehr schön gespielt, auch mal Mut zur Hässlichkeit ein bisschen, äh, gebracht. Ja, ja. Und ansonsten, äh, eine Überraschung für mich war auch tatsächlich die drei Ausrufezeichen. Da sind wir jetzt mit dem Thema, ja. Mhm. Äh, äh, wer wollte dazu noch was sagen? Äh, eigentlich keiner. Also, ich hab nicht gesehen und lasse, glaub ich, auch nicht. Nee, genau, aber ich hatte ja, ich hatte ja die Folge mit dir, oder? Genau, genau. Ach so, ja, genau. Die hab ich geschnitten. Das ist mir doch super. Yay, dann haben wir doch alle was gemeinsam hier. Genau, ja. Ja. Ja, ich hör nahezu jeden Cast, deswegen. Also, das war für mich halt einfach eine Überraschung, weil ich mir von dem gar nichts erwartet hab, weil ich halt auch nicht die Zielgruppe bin. Und deswegen, äh, bin ich da rein und hab gesagt, so, okay, jetzt tu ich mir das mal an und war dann eigentlich relativ angetan von einem, äh, Film, der echt gut produziert war, von, von, äh, Christian Becker auch und wo ich mir gedacht hab, ja, so sollten eigentlich Kinderfilme heutzutage sein. Ja, ja, ja. Na, wunderbar. Na gut, meine Überraschungsliste ist kurz, denn da gibt's nur zwei. Einmal war ich doch einigermaßen positiv überrascht von Angry Birds 2. Ähm. Ja. What? Haben wir den Cast gemacht, ja, ja. Der erste, der, der Cast war sehr lustig. Ähm. Ja, der war schön. Ist kein, ich mein, es ist kein besonders guter Film, aber es ist halt schon doch interessant, wie viel Mühe sie in die Animation stecken und wie viel Kreativität in einige der Gags. Das hatte ich dann doch so nicht gedacht. Ich dachte, das wird einfach noch ein mieserer Cash Grab, obwohl ich halt den ersten auch nicht hasse, aber halt besonders gut ist er auch nicht. Hat auch ein paar gute Gags, das war's. Aber naja, davon war ich halt überrascht, auch von einigen Charakteren, wie nett die angelegt waren und so. Es gibt einige gute, gute Gags dort. Die andere Überraschung, weil es ist ein Film, von dem ich gar nichts erwartet hatte, war Joker. Zudem habe ich nicht zu viel zu sagen, weil jeder Tag, der vergeht seit der Sichtung, da entdecke ich mehr Probleme. Letztendlich aber doch, muss ich sagen, ich fand ihn beim Gucken ausgesprochen mehr als solide. Wundervolle Performance, einige wirklich starke Szenen, letztendlich etwas ziellos. Ich weiß nicht genau, ob der Film selber genau weiß, was er will, was er aussagen will oder überhaupt etwas bezielt aussagen will. Es kommt mir vor, wie MJ Borman von Red Letter Media hat ihn perfekt beschrieben als Baby's First Taxi Driver, weil es halt einfach wirkt wie so ein Teenager, Anarchist, der kein Ziel hat. Letztendlich aber doch hat er für mich beim Gucken funktioniert und es war für mich eine positive Überraschung. Das ist wahrscheinlich die kürzeste Besprechung ever von Joker hier in dieser Runde. Eine Frage von mir, hat er dich die Tage danach noch beschäftigt? So ein klein bisschen, ja. Aber wo ich dann eher so ein bisschen Sachen auseinander gepflückt habe, wo ich dachte, ah, das hier irgendwie und dieses und so, aber halt. Wir kommen noch zu dem Film. Wir kommen noch zu dem Film. Aber gut, das war's. Ich glaube, das ist dann wirklich ein Qualitätsmerkmal für einen Film. Das war's bei meiner Überraschung. Eine Überraschung gäbe es noch, die hebe ich mir aber für die Tops auf, weil das mich doch dann in gewissem Sinne ein bisschen überrascht hat. Aber dazu kommen wir dann. Ja, das war's von mir. Dom, wie ist es bei dir? Ja, ich habe eine Überraschung, die noch gar nicht lange zurückliegt und zwar der Film Alles Außergewöhnlich von dem Regie-Duo von Ziemlich Beste Freunde. Uh. Ein Film, der auch auf einer wahren Begebenheit basiert, nämlich von... Ein französischer Film? Genau, ein französischer Film mit Vincent Carcelle in der Hauptrolle. Oh. Und ich hatte, also ich kann's nur mal sagen, ich bin Ziemlich Beste Freunde, kann ich überhaupt nicht leiden. Oh. Und ich hatte absolut keine Erwartungen an diesen Film und war sehr, 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 sehr positiv überrascht. Das ist ein wirklich schöner, wichtiger Film, den sich viele ansehen sollten. Und für mich ist es tatsächlich der Bessere, Ziemlich Beste Freunde. Man darf hier allerdings keinen erwarten. Also es ist, also er wird als Komödie klassifiziert. Es ist ein waschechtes Drama. Ich kann kurz umreißen, worum es geht. Da ist halt die Arbeit eines gemeinnützigen Vereins, den Vincent Carcelle gegründet hat und zugleich arbeitet er mit jemandem zusammen, der Jugendliche halt wieder in die Spur führt. Und so kommt es dann eben, dass diese Jugendlichen autistische oder auffällige Klienten halt betreuen und begleiten. Und das ist ganz, ganz großartig erzählt. Sehr einfühlsam mit einem tollen Hauptdarsteller, der hier förmlich im Fels in der Brandung ist, Vincent Carcelle. Reda Kartepp auch sehr toll als ein Co-Schauspieler. Vor allem sehr schön, dass man Laien-Schauspieler genommen hat, tatsächlich für die Autisten. Das kommt unglaublich authentisch rüber. Oder dieser Film ist in weiten, weiten, weiten Teilen befreit von Kitsch in meinen Augen. Also wirklich richtig schön. Dann hab ich noch, was hatte ich denn noch? Ja, das ist eigentlich eher ein Geheimtipp, würde ich jetzt sagen. Ach, weißt du was? Ich schieb noch einen meiner Flops hinterher. Oh, Tiere. Ich hab noch einen vergessen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das war eine negative Überraschung. Und zwar, ich wurde ganz kurzfristig eingeladen zu einer Sneak-Preview vom Film Little Monsters. Eine Zombie-Komödie aus Australien mit Lupita Nyong'o in der Hauptrolle. Ach, das Ding. Ich hatte vorher eigentlich relativ Positives gehört, genau. Und ja, dann kam ich halt in die Sneak. Ich musste nichts bezahlen. Da war noch irgendwie vorher ein Gewinnspiel, wo ich so noch einmal Popcorn gewonnen habe. Also ich hab wirklich keinen Penny an dem Abend ausgegeben. Und ich bin auch froh, denn der Film war absolute Grütze. Also das ist eine verkappte Rom-Com, die sich als Zombiefilm tarnt und sich eigentlich anderthalb Stunden auf zwei immer gleichen Gags ausruht, die eigentlich auch nicht irgendwie variiert werden. Also es geht einfach nur darum, dass eben eine Kindergärtnerin mit so einem Typen, der sie eigentlich die ganze Zeit nur angraben will, in so einen Freizeitpark geht mit den Kindern. Und dann bricht eine Zombie-Apokalypse aus. Und sie müssen den Kindern halt irgendwie, ja, das ist alles lustig, das ist alles Spiel. Und das zieht der Film halt 90 Minuten durch. Und es wird einfach auch nicht lustiger, je öfter man auf diesem Gag irgendwie rumreitet. Also wie ein bisschen Das Leben ist schön von Roberto Benigni oder was? Ja, vom Konzept her eigentlich schon, nur halt in Scheiße. Und es gibt ja auch Leute, die den Benigni-Film verschreien. Ja, das stimmt auch. Ja, den kann man auch verschreien, aber es ist trotzdem, also lieber gucke ich mir den als nochmal Making Monsters. Vor allem, ich habe mich wirklich für das Publikum um mich herum, habe ich mich fremdgeschämt am laufenden Band. Und es war wirklich, also ich bin jemand, der wirklich empfindlich ist gegen Handys im Kino, ja. Aber bei dem Film war ich zum ersten Mal, hatte ich wirklich den Drang, mein Smartphone rauszuholen und gegen diesen Film damit zu protestieren. Weil ich den wirklich so scheiße fand. Auch eine sehr schöne Besprechung wieder geworden mit dem Kollegen Christoph war dazu, der den auch gesehen hat. Okay. Als du, als du den Titel gesagt hast, dachte ich, du meintest erst Ugly Dolls. Äh, nee, den hat Andi Papelitzki, glaube ich, gesehen. Und der soll jetzt auch nicht so der Renner gewesen sein. Nee, natürlich nicht, aber halt von wegen, das sind so ähnliche Titel einfach, deshalb dachte ich kurz. Gut, ich musste, es ist so schlimm, dass ich hier, aber das, also wenn ich jetzt nochmal damit ankomme, dann wird es hier wirklich zum Running Gag erhoben jetzt, glaube ich, dass ich immer noch Flops nachschiebe. Verstehe. Sorry. Gut, scheint dann auch mit den Überraschungen zu Ende zu sein. Enden wir, beenden wir diesen Podcast, also noch nicht ganz, aber halt, wir beenden ihn auf einer High Note und zwar mit unseren Tops. Was waren einige, bitte nicht alle nennen, aber halt euch ein bisschen beschränken hier und da. Was waren denn einige eurer Tops und auf welche wollt ihr etwas näher eingehen? Thilo, du fängst wie immer an. Ja, also für mich war tatsächlich wieder das Fantasy Filmfest ein absoluter Top dieses Jahr. Also hätte ich selber auch gar nicht mehr so erwartet. Durfte ja auch diesmal ein Interview machen mit dem Rainer Stephan, dem Initiator. Und insofern war das auch wieder ein Highlight. Und klar, da waren viele Filme, ein paar haben wir schon besprochen, die waren so, ja geht so. Waren aber viele Filme, die einfach gut waren und es waren ein paar Filme, wo ich gesagt habe, wow, geil. Und da hat sich das wieder gelohnt, eine Dauerkarte zu kaufen. Und deswegen war das für mich ein absolutes Highlight mal wieder. Und ich freue mich schon auf die Fantasy Filmfest White Nights, die jetzt im Januar wieder stattfinden. Und ansonsten war ein tatsächliches Highlight der letzte Tarantino-Film, Once Upon a Time in Hollywood, von dem ich mir jetzt auch gar nicht so viel erwartet hätte, der mich aber dann doch einigermaßen geflasht hat. Und da kann ich nur sagen, ruht ab. Der Typ ist einfach immer noch fähig, Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern mit seinen Filmen. Und deswegen war das für mich ein absolutes Highlight. Ich hätte noch eine Frage. Hast du beim Fantasy Filmfest diesen Film mit Eddie Maaßen gesehen? Feedback? Ja. Den mochte ich nämlich auch sehr gern. Ja, der war aber bei mir auch nur so unter ganz nett, aber muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal schauen. Nee, 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 also solide fand ich den. Schauspielerisch war der schon ziemlich gut. Also auch von Paul Anderson. Ja, also ich mag Eddie Maaßen inzwischen auch wahnsinnig gerne. Also seit Ray Donovan und so muss man sagen, ist das ein absoluter, klasse Schauspieler, der eben gerade in solchen Rollen brilliert. Und in dem Film war er auch völlig top besetzt. Und der Film ist absolut sehenswert. Gerade für mich als so alten Radiomenschen war das halt richtig geil mal anzuschauen. Stimmt. Ja, also das Setting in diesem Radiostudio. Aber ja, im Endeffekt habe ich mir auch gedacht, ja, hätte man auch mehr draus machen können. Ja, okay. Ja, stimmt schon. Also ich fand den natürlich, ich habe ihn beim Movie Break besprochen, habe ich ihm, ja, weiß ich nicht, was habe ich gegeben? Sieben. Also ich fand den Grund solide tatsächlich. Ja, genau. Ist so eine richtig schöne Perle, die man halt durchs Fantasy-Filmfest dann irgendwie für sich entdecken kann. Genau. Das ist auch für so einen DVD-Abend ein richtig guter Film. Ja. Aber es war jetzt kein Meilenstein. Nee, natürlich nicht. Ich fand den, so ist ein kleiner Geheimtipp, finde ich halt. Genau, ja, so sehe ich das auch. Gut. Na dann, noch irgendwelche Tops von dir? Ähm, eins würde ich tatsächlich noch erwähnen. Das lief, glaube ich, auf dem, an den Fantasy-Filmfesten Nights dieses Jahr. One Cut of the Dead. Ah! Von dem, von dem habe ich erst vor kurzem gehört. Und ich habe gehört, man sollte nicht zu viel irgendwie verraten, weil der hat mich ehrlich gesagt auch neugierig gemacht jetzt. Da sollte man überhaupt nichts erzählen, den sollte man sich einfach anschauen. Und das ist eine richtige Perle gewesen. Das war eine richtige Genre-Perle. Klar, im Publikum, als wir beim Fantasy-Filmfest gesessen sind, hat man natürlich ein bisschen was erfahren. Aber da saßen alle drin und nachdem so, der Film ist so zweigeteilt, nachdem der erste Teil so vorbei war, saßen alle drin, haben sich angeschaut, so, what the fuck, was ist jetzt los? Geil. Und dann, dann ging es nochmal neu los und also eine irre geile Geschichte und richtig geil originell mal erzählt. Also, den kann ich wirklich empfehlen. Ich freue mich drauf, weil ich hatte halt, ich bin, ich habe die Schnauze voll von Zombies. Aber ich habe halt, ich habe dann plötzlich so Stimmen. Dann passt der für dich. Ja, aber ich habe dann plötzlich halt Stimmen gehört, wo ich dachte, oh, das klingt dann aber doch interessant. Und ich weiß nicht mehr als das, was du mir jetzt eigentlich auch im Prinzip erzählt hast. Und so soll es auch bleiben. Dem werde ich auf jeden Fall einen Shot geben. Vielen Dank dafür. Ja, wirklich, weil gerade wenn du, also nicht, wenn du auf Zombies stehst, sondern wenn du auf Filme stehst. Ja. Der ist ja einfach so dermaßen originell und mit Herzblut gemacht. Und ich habe mir gedacht, diese Drehbuchautoren, die müssen sich das Gehirn so verknotet haben, das darzustellen. Und ich war einfach weggeblasen. Ich habe leider euren Podcast geschnitten und weiß schon sehr viel über diesen Film, aber es ist schon relativ lange her. Ja, wir haben eine Spoiler-Section gehabt. Ja, genau, genau. Aber es ist schon lange her und ich habe mir nicht nochmal angehört, deswegen. Ich freue mich auch sehr auf den, also über den höre ich wirklich nur Gutes. Ja. Ja, wirklich. Es ist generell auffällig mit dem asiatischen Kino dieses Jahr, ne? Aber dem wurde ja anscheinend irgendwie das Rappenlicht geklaut von What That Don't Die, habe ich das Gefühl. Über den haben mehr Leute geredet. Ja, weil der halt auch einer breiteren Öffentlichkeit halt auch bekannter ist. Das stimmt natürlich halt, es ist amerikanisch und mit diesen ganzen Stars drin, das ist klar. Der ist nicht so toll angekommen eigentlich The Dead Don't Die. Eben, so viel ich weiß, war ein Cut of the Dead der bessere Film, aber halt, ja. Das ist halt ein Japaner und aus Japan kamen jetzt in letzter Zeit nicht so viele. Die meisten Sachen kommen wir aus Korea, über die geredet wie Parasite und so. Ähm, aber da war auch beim Fantasy Filmfest, waren unglaublich tolle Sachen aus Korea teilweise dabei. Ja, Burning, Burning muss man hier auch mal erwähnen, ne? Also The, äh, The, 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 The Devil and, äh, The, äh, The Gangster, The Cop and The Devil, glaube ich, hieß der. Also da waren richtig, richtig geile Sachen dabei. Okay, ja, ich hab leider Parasite nicht gesehen, ich hab Burning auch noch nicht gesehen, der liegt jetzt hier, ähm. Ja, bei mir sind bestimmte Sachen halt so viele Sachen, die ich halt vielleicht gerne sehen wollte, aber aus finanziellen oder anderen Gründen verpasst hab. The Pile of Shame. Ja, ja, genau, Pile of Shame wäre vielleicht auch irgendwie so eine Rubrik. Ähm, Frozen, Frozen 2 wäre auf dieser Liste. Schott das Schaf, ähm, und, ähm. Oh, Schott das Schaf. Wenigstens einen dieser Fehler verbessere ich morgen, denn morgen geh ich in The Lighthouse. Ich hab nicht mal Frozen 1 gesehen, schau. Ja, das ist okay. Okay. Na gut, vielen Dank für deine Tops und Empfehlungen. War's das schon? Ich denke mal. Guck an, Mensch, Wahnsinn. Ähm, meine Liste ist ein klein bisschen länger, geht aber, glaube ich, auch ganz schnell. Nämlich darunter zu meinen Tops zählt, weil es ist halt ein bisschen blöd, dass wir das im Rahmen dieses Adventsdingens aufnehmen, obwohl noch einige gute Filme rauskommen dieses Jahr. Ganz besonders natürlich der beste Film des Universums, The Rise of Skywalker. Ähm, Scherz. Wer weiß, wie der wird. Vielleicht gut, vielleicht schlecht. Mal sehen. Na gut, äh, aber zu meinen Tops gehört auch Once Upon a Time in Hollywood. Mein erster Tarantino im Kino, was eben auch was Besonderes war. Wundervoll, ganz wundervoll. Alles, was ich an Tarantino liebe und ich war überrascht, wie reif der doch tatsächlich war. Wie zurückhaltend. Jedenfalls bis kurz vor Schluss. Ähm, aber das hat dann in den Kontext gepasst, also ich verzeih's ihm gern. Ich kann verstehen, warum einige Leute da abgeturnt sind, weil sie nichts mit der Thematik irgendwie anfangen können, weil der schon sehr speziell ist. Aber das ist halt auch das Geile an Tarantino, dem ist es scheißegal, der dreht diese Filme auch halt mit für sich. Und deshalb respektier ich ihn auch irgendwie, weil er das trotzdem in irgendeiner Form zugänglich und interessant macht, weil er eben so gut ist. Und anderer Top Rocketman, wundervoller Film, grandios gespielt und gesungen von Taron Edgerton oder Eagerton. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil der Aussprache seines Namens. Aber er ist, er ist grandios. Ich habe Bohemian Rhapsody nicht gesehen und ich weiß trotzdem, dass dieser Film mir tausendmal besser ist als Bohemian Rhapsody. Ganz, ganz einfach toll gemacht, rundum herzlich, setzt genau die richtigen Schwerpunkte und verpackt diese Story in ein sehr unterhaltsames Musical. Ich war mehr als angetragen von diesem Film und dabei bin ich nicht mal irgendwie der große Elton John-Hörer. Aber dieser Film hat mir dann doch beigebracht, Mensch, der hat einige tolle Songs, die sollte ich doch tatsächlich mal mir richtig doll zur Gemüte führen. Hat einer von euch den gesehen? Ja, ich hatte da irgendwie so Probleme mit Filmen über Leute, die noch leben. Ja, ja. Also bei Bohemian Rhapsody, da habe ich das ja noch verstanden. Aber bei Rocketman denke ich mir, Elton John lebt doch noch. Also warum jetzt schon einen Film über den machen? Ja, ich würde, ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, glaube ich, war es ganz gut, dass sie den Input von Elton John hatten, weil er dann eben auch sagen konnte, stellt das bitte so da und so weiter und beschönigt da nichts in irgendeiner Form. Ich glaube, das war halt ganz gut, dass der da auch so ein bisschen dieses sein, sein besonderes Auge mit drauf hatte. Und lustigerweise haben er und Edgerton ja schon zusammengearbeitet beim zweiten Kingsman. Ja, wollte ich gerade fragen, habt ihr den gesehen? Den habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen und ich war weggeblasen wie Elton John, eine richtige Tour de Force da. Ja, ich fand das ganz unterhaltsam. Ich finde, sie tragen den Gag ein bisschen zu weit im zweiten Kingsman, aber es war trotzdem ganz witzig. Da habe ich noch gar keinen von gesehen von beiden, muss ich zugeben. Oh, der erste Teil ist grandios. Guck den ersten Kingsman. Große Empfehlung, große Empfehlung. Schau dir diese Filme an. Was tust du noch hier? Die sind wirklich, also wenn du über so abgefahrene, überbordende James-Bond-Sachen lachen kannst, dann ist das absolut der Burner und die Effekte sind teilweise der Wahnsinn. Teilweise der Wahnsinn und teilweise hübsch billig, aber es passt trotzdem gut. Ja, das ist ein Matthew-Warn-Film. Also grandios, wundervoll. Steht auf meiner Liste auf jeden Fall. Mach da mal ein Double-Feature, ohne fest. Wirst du nicht bereuen. Beides sind teilsam Filme. Der erste ist besser, aber dennoch. Einer meiner anderen Tops. Avengers Endgame. Ich mochte ihn sehr gern. Hat hier und da einige Schnitzer, sicher. Aber ich war wirklich überrascht davon, wie gut strukturiert er erzählt war. Im Prinzip ist jeder Akt so ein anderer Film. Es ist schon sehr interessant, wie das Ganze so durchstrukturiert ist. Ich war wirklich überrascht davon, wie viel Zeit er sich teilweise lässt. Ich mein, genug Zeit haben sie ja auch. Ja, drei Stunden. Mich hat halt irgendwie aufgeregt im Vorfeld, dass alle so ein Theater rumgemacht haben, dass er drei Stunden ist, wo ich mir denke, Leute, das ist selbst im Blockbuster-Fach nichts Neues. Habt ihr schon mal was von Peter Jackson gehört? Oder, ähm, und Martin Scorsese dreht inzwischen auch keinen Film mehr, der unter drei Stunden geht? Ja, das sind aber auch Filme, die sowas wie eine Handlung haben. Der hat auch, Avengers Endgame hat auch eine Handlung. Es ist nur nicht, und ich meine, auch sowas wie Dark Knight Rises ist fast drei Stunden lang. Also, es ist selbst im Blockbuster-Fach nichts Neues. Ich sag nicht irgendwie, dass der Regisseur dazu das Recht hat und dieser nicht. Ich meine halt nur, dass Leute endlich mal ein bisschen ihren Horizont erweitern sollten. Ja, ich, aber, weißt du, muss ein Marvel-Film drei Stunden gehen, jetzt mal ehrlich, also. Ja, dieser, dieser hier, ich meine, dieser hätte noch länger gehen können. Also, Leute, jetzt, jetzt. Ich meine, ich meine nicht, dass ich es will, aber die haben noch viel mehr gedreht. Jetzt, jetzt wirklich über Endgame sich wieder, äh, auszulassen, ich glaube, das sprengt ihr damit. Ich hab ihn, ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ja, natürlich. Ich meine, ich meine halt nur, ich war, ich war sehr gut unterhalten. Ich war, äh, sehr überrascht von gewissen Wendungen. Es war halt sehr schön, dass man vorher nicht genau wusste, was passiert. Ich war emotional sehr bewegt vom Ende. Teilweise ist es zu überhastet, aber das war mir dann letztendlich auch egal. Ich hab ihn zweimal direkt hintereinander gesehen, also innerhalb von zwei Tagen. Das eine war ein Pressscreening und direkt am Abend danach mit einer Crowd, mit zwei von meinen Brüdern. Und das war ein wundervolles Erlebnis, schon zu wissen, was passiert. Und die Leute haben dann reagiert. Das war wirklich toll. Ich hab ein paar Mal auch ein Tränchen weggedrückt. Und, ähm, wenn ein Film so etwas schafft, dann, äh, ist es bei mir auf jeden Fall schon ein Zeichen, dass er etwas richtig macht. Ja. Ein anderes Top. Drachen 10, leicht gemacht 3, die geheime Welt. Ich liebe dieses Franchise mehr als Toy Story. Und das ist im Prinzip das DreamWorks-Equivalent von Toy Story, wenn man bedenkt, was da an Craft und Herzlichkeit hintersteckt in der Story. Ich, äh, mag alle diese drei Filme unglaublich gern. Und dieser hat auch auf einer emotionalen Ebene voll reingehauen. Ich musste zweimal weinen. Lieblingsscore des Jahres, ohne jeden Zweifel. Und rundherum einfach ein sehr, sehr schöner Abschluss dieser Trilogie. Okay, ein anderer, was von Netflix, was gewiss im Sinn auch so eine Überraschung war, weil ich hatte halt von vornherein nur kurz was drüber gehört. Ganz frisch hab ich auch besprochen. Klaus, wundervoller 2D-Animationsfilm aus Spanien. Grandios designt, wundervoll erzählt, eine herrlich originelle Origin-Story des Weihnachtsmannes. Macht unfassbaren Spaß, den zu sehen. Englische wie deutsche Synchro ist wundervoll. Ich kann diesen Film gar nicht genug empfehlen. Das war wirklich einer meiner absoluten Highlights. Okay, den schreib ich mir gleich mal auf die Liste. Ja, hab ich auch schon. Oh ja, absolut wundervoll. Und dann haben wir noch etwas anderes, auch auf Netflix. Eine Serie. Einige wissen jetzt vielleicht schon, was kommt. Dark Crystal Age of Resistance. Und der zählt gewissen Sinne auch zu meinen Überraschungen, weil ich im Vorfeld nicht wirklich erwartet hatte, dass das so gut werden würde. Ich bin jetzt wirklich nicht ein Riesenfan des Films. Das ist technisch toll, aber handlungs, es ist einfach nur belanglos und verschwurbelt und unverständlich. Dieser Film ist das neue Paradebeispiel dafür, wie ein Prequel nicht nur besser sein kann als das Original, sondern wie er das ... Die Serie, die Serie, die Serie, nicht der Film. Genau. Wie die Prequel-Serie halt den Originalfilm besser sein kann, sondern ihn auch noch aufzuwerten vermag im Nachhinein. Grandios designt, perfektes Zusammenspiel aus CGI und Puppenspiel. Wundervolle Charaktere, die Handlung ist verständlich und detailliert mit vielen, vielen Figuren. Einige lebenswert, andere hassenswert und andere auch mit Grauschattierungen was Tolles. Wundervolle Musik, auch einer der besten Scores dieses Jahr. Und ich war unglaublich gefesselt und ich kann's nicht erwarten, bis da auch endlich eine zweite Staffel kommt. Also ich bin weggeblasen. Ich hab die zweimal hintereinander gebinged im Prinzip. Auf Englisch wie auf Deutsch. Wundervoll. Und ich hab dort auch mehrfach weinen müssen. Also das war ein emotionales Jahr, was das angeht. Aber was das angeht, sind es meine Tops. Thilo, hast du Dark Crystal vielleicht schon gesehen? Nein, leider nicht. Ja, das ist wie ... Ich hab die Hälfte gesehen. Ich guck mir die andere noch an, obwohl eventuell spare ich mir die sogar auf und guck mir die über Weihnachten hinweg noch mal an. Wobei, dann ist Witcher dran, aber ... Ah, du hast schon ein paar mehr Folgen gesehen jetzt. Ich hab schon ein paar mehr Folgen gesehen. Ich find den Plot so ein bisschen schwierig tatsächlich. Äh, beziehungsweise ist mir zu aufgefasert an manchen Stellen, aber so von der Technik her ist es schon grandios, wirklich. Also das könnte auch auf einer Leinwand laufen. Also es ist ein Wunder, dass das überhaupt existiert und dass Netflix das gegreenlighted hat. Also für sowas kann man Netflix dann wieder schätzen. Genau. Wo man dann auch ... Ja, bei meinen Tops wird dann gleich auch noch was kommen von Netflix noch mal tatsächlich. Wundervoll. Aber ja, das war's mit meinen Tops. Bitte, bitte, falls ihr diese Sachen noch nicht kennt, noch nicht gesehen habt oder vielleicht noch auf eurer Liste habt, liebe Hörer, guckt sie unbedingt. Sie lohnen sich. Einige davon habt ihr garantiert schon gesehen, aber andere vielleicht noch nicht. Gut, Dominik, du darfst beschließen, was sind deine Tops des Jahres bisher? Ja, also natürlich auch nicht überraschend. Natürlich hat sich auch Tarantino in meine Top-Liste verirrt. Once upon a time in Hollywood fand ich großartig. Ich habe keine Längen verspürt bei diesem Film bis vielleicht zum Ende ein ganz klein wenig. Aber das ist generell manchmal so ein bisschen die Kinderkrankheit von Tarantino. Der Film ist herrlich gegen den Zeitgeist gebürstet, indem er eigentlich keine wirkliche Handlung erzählt und trotzdem rundherum ein großartiges Gefühl bei mir hinterlassen hat. Das ist der beste Kinobesuch des Jahres gewesen bei mir. Kann ich nachvollziehen. Ja, wirklich. Also wenn ich jetzt noch mal sehe, dann könnte der eventuell mein Lieblings-Tarantino werden irgendwann. Krass. Ich habe allerdings noch was anderes im Gepäck und zwar eine Dokumentation wieder. Oh. Die habe ich Anfang des Jahres gesehen und zwar sogar zweimal gesehen. Einmal im Stream und einmal bei einer Veranstaltung in Düsseldorf in einem ganz kleinen Arthouse-Kino, wo es dann anschließend auch eine Besprechung gab und zwar dieser Oscar-Film Of Fathers and Sons – Die Kinder des Kalifats. Da geht es darum, dass der Regisseur Talal Derki sich undercover eingeschlichen hat bei einem IS-Führer sozusagen, also einer Splittergruppe des IS. Hat er sich undercover eingeschleust als Kriegsfotograf und zwei Jahre lang mit denen dort gelebt. Und eben, ja, er zeigt eben da halt den Alltag, wie die vor allem mit ihren Kindern umspringen und wie den Kindern halt wirklich schon die Ideologie selbst über harmlose Freizeitaktivitäten eingetrichtert wird. Es ist ein unglaublich erschreckender Film, ein aufwühlender Film, auch ein kontroverser Film. Er lief letztens auch sogar schon auf Arte. Das ist immer der Vorteil bei Dokumentationen, die finden ihren Weg unglaublich schnell ins Fernsehen. Also eine ganz, ganz dicke Empfehlung, aber auch nichts für die breite Masse tatsächlich. Dann natürlich mein Horror-Highlight des Jahres, Midsummer. Falls man den überhaupt wirklich als Horror bezeichnen kann, da der Tidu ihn noch nicht gesehen hat, werde ich mich da jetzt kurz fassen. Ari Aster macht genau dort weiter, wo er mit Hereditary aufgehört hat. Und er verfestigt seinen Ruf neben solchen Regisseuren wie Jordan Peele oder Robert Eggers. Nein, ich habe den Leuchtturm noch nicht gesehen, leider. Sonst wäre er wahrscheinlich auch hier vertreten. Ja, bei mir wahrscheinlich auch. Also ganz, 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 ganz großartig. Vor allem die Hauptdarstellerin Florence Pugh ist für mich die Entdeckung des Jahres in Midsummer. Die sollte man wirklich mal im Auge behalten. Auch wenn die sich jetzt leider ins Marvel-Universum verabschieden wird erst mal. Oh, echt? Was macht sie? Die wird wahrscheinlich die neue Black Widow. Oh, ja, stimmt, ja. Aha, okay. Ich wollte nämlich gerade irgendwie einen Witz darüber machen, aber da dachte ich, nee, Moment, da ist doch irgendwas. Also die Dame, die sollte man wirklich im Auge behalten. Der Film ist grandios bebildert. Das ist nahezu ein sensorisches Erlebnis und vermutlich der hellste Horrorfilm der Filmgeschichte. Okay. Und vermutlich einer der Besten des Jahres. Und ja, zum Abschluss kann ich noch sagen, ja, Tarantino saß für mich ab August eigentlich auf dem Thron. Und ich dachte, da kommt nix mehr. Oh. Und dann vor wenigen Stunden ist der runtergestoßen worden und ausgerechnet von einem Netflix-Film. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, wovon ich spreche, nämlich The Irishman von Martin Scorsese. Ah. Den hab ich jetzt. Ist der wirklich gut? Der ist fantastisch. Der ist nämlich nicht nur irgendein Gangster-Film, sondern der ist zugleich eine Huldigung an die alten Scorsese-Filme, als auch eine Zersetzung des Mythos. Und also nicht nur eine Zersetzung des Mythos der alten Mafia-Filme, sondern grundsätzlich des Mafia-Films allgemein. Also man könnte sagen, dieser Film ist der Mafia-Film. Also it's the mob movie to end all mob movies, könnte man sagen. Also es ist wie quasi The Unforgiven von Clint Eastwood für die Western-Filme. Ja, ja. Schöne, schöne, schöne Referenz. Schöne Referenz, Thilo. Großartig. Also wirklich anschauen. Scorsese in Perfektion. Es ist auch irgendwo ein Metafilm. Und ich muss jetzt ganz klar sagen, ich hab ihn heute in einem Rutsch gesehen, nachdem ich ihn am, wann war der Release? Ich glaub vorgestern, da hab ich ihn zumindest zur Hälfte gesehen. Ich hab mich keine Minute gelangweilt. Und dieser Film geht 207 Minuten. Ja, aber Scorsese kann das. Ja, die fühlen sich an wie zweieinhalb Stunden, würde ich sagen. Okay. Vor allem zum Ende hin, die letzte Stunde ist so ein Hammer. Also damit zementiert er sich wirklich auf die Dauer. Also ich glaube, dass dieser Film in ein paar Jahren ein moderner Klassiker ist. Und es ist ja mal schade, dass ich ihn nicht im Kino sehen konnte. Ich hätte ihn hier sogar sehen können. Hier war nämlich sogar im Kino, was den gezeigt hat. Aber ja gut, dreieinhalb Stunden und die Zeit hätte ich dann auch nicht gefunden. Ja. Okay. Ja. Über den Joker reden wir da noch? Ich weiß nicht. Der wäre auch dabei, aber ... Habe ich noch nicht gesehen. Spreche ich mir nicht drüber. Ich meine, und wir haben so viele Leute, also wo wir uns ja schon vorgewarnt, dass da ein großes Thema war. Vielleicht kannst du nur ganz kurz deinen Senf dazugeben, wo er ja schon in deinen Tops ist. Also er ist schon in meinen Tops, er ist allerdings nicht so weit oben. Im Nachhinein hat er auch tatsächlich verloren. Ich habe ihn ja damals, als ich aus der PV kam, war ich ziemlich euphorisch. Und auch im Podcast habe ich den sehr gelobt. Ich habe manche sozialkritische Aspekte des Films vielleicht ein bisschen sehr hoch gesteckt. Und der Film hat schon seine Probleme. Er ist aber trotzdem ein wichtiger und guter Film, wie ich finde. Und Todd Phillips hat schon einen wirklich guten Job gemacht, für das man wirklich nichts von ihm erwartet hat an der Stelle. Ja. Und der Film hat mich auch tatsächlich, also der hat mich beschäftigt und immer noch. Aber ich schätze mal, also wenn ich ihn jetzt nochmal sehen würde, würde er wahrscheinlich auf sieben Punkten landen, was immer noch gut ist. Ja, also er ist natürlich, also jetzt gerade, wo ich jetzt auch halt The Irishman gesehen habe, das ist halt das Original, könnte man sagen. Ne? Ja, genau. Okay. Na schön. Ja. Dann haben wir ja fast die 90 Minuten zusammengeklöppelt. Genau. Ja, wir sind im Rahmen geblieben, was umso toller ist. Hiermit habt ihr sie gehört, liebe Hörer. Unsere Tops und Flops und Enttäuschungen und Überraschungen des Jahres. Leider nicht des kompletten Jahres, wie gesagt. Vielleicht wird da noch irgendetwas nachgereicht, vielleicht auch nicht. Aber da werden dann wahrscheinlich höchstens nur so zwei, drei Filme pro Dingens hinzukommen. Schließlich ist ja allgemein Dezember-Oscarsaison. Aber die kommen ja eh in Deutschland immer viel zu verspätet an. Sei es, wie es sei. Diese Liste war auf jeden Fall vergleichsweise abwechslungsreich. Nicht ganz so viele Blockbuster drauf, wie vielleicht einige denken, was eben auch sehr schön ist. Und ich denke mal, wir haben unser Bestes getan, dass wir in irgendeiner Form unsere Begründungen gut hingetan haben. Fandet ihr einige Platzierungen überraschend? Fandet ihr einige unverdient? Wollt ihr uns für einige umbringen oder huldigen? Schreibt es uns doch bitte, teilt es, liked es und so weiter und so fort. Content, Content, Content. Wir brauchen Verkehr. Und nicht nur Geschlechtsverkehr. Oh mein Gott. Ich hätte es noch ganz schön gefunden. Wollen wir nicht noch jeder irgendwie so einen kleinen Geheimtipp raushauen zum Schluss? Geheimtipp im Prinzip waren... So ein Film, der wirklich komplett unterm Radar gelaufen ist und den wir vielleicht für den Tele-Stammtisch gesehen haben? Können wir gerne machen. Wäre noch eine ganz schöne Schlussnote, glaube ich, ne? Bei mir wäre das Opportunity Nox. Ich weiß nicht, wie der Film dann irgendwann in Deutschland heißen wird, aber ein norwegischer Film, der sehr, sehr witzig war, in dem Rahmen des Nordlichter-Festivals lief und der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich befürchte, dass der irgendwann so ein Matthias Schweighöfer-Remake bekommen wird, aber man sollte das norwegische Original anschauen, der hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Geht es eben um ein junges Paar, die eine Familie gründen wollen und dann erbt einer ein Grundstück und wir wollen das Haus renovieren und dann läuft natürlich alles schief, was schief geht kann. Also der war sehr, sehr witzig und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut. Lasse? Ibritz, alle meine Tipps waren da eigentlich, so gewissermaßen Geheimtipps, waren da eigentlich eher schon in meinen Topset, was das so ein bisschen unterm Radar liefert, sowas wie Klaus, wo nicht wirklich viele Leute drüber gesprochen haben, obwohl es auf Netflix war. Und eben Dark Crystal, weil das halt eher so ein Nischending ist. Also ich habe da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Gut, dann schließe ich das Ganze mit meinem Geheimtipp. Der läuft auch auf jeden Fall gerade in den Kinos, obwohl er ist wahrscheinlich schon wieder raus. Und zwar ein Film, den ich erst letztens gesehen habe und besprochen habe und der mich sehr überrascht hat. Aus Mazedonien tatsächlich. Ein Film mit dem schönen Titel Gott existiert. Ihr Name ist Petrunia. Oh ja, davon habest du erzählt. Über eine, ja, glücklose Mittdreißigerin, die bei einem christlich-orthodoxen Ritual ein Kreuz fängt und dadurch eine ziemliche Kontroverse auslöst. Ein sehr sehenswerter und wichtiger, schöner, feministischer Film tatsächlich. Gerne anschauen. Okay. Ich habe schon gesehen, du warst sperrig mit Inhaltsangabe. Das sagt garantiert was aus. Sperrig, nicht sperrig, sparsam. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Alles gut. Ich fühle mich wieder, ich fühle mich wieder, 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 wieder Zwerg in Gravity Falls. Will you marry me in holy matrimony? Ah, can't talk today. Aber war eine sehr schöne Runde, eine sehr schöne abwechslungsreiche Runde, finde ich. Wir haben wirklich alles drin gehabt, würde ich sagen. Ja. Ja, was können wir noch anders sagen? Das Jahr schön rumgebracht. Genau. Ja, genau, einige Sachen. Wie gesagt, wir haben die Sachen erwähnt, die wir leider noch nicht gesehen haben und die vielleicht auf dieser Liste gelandet wären, unter anderen Umständen. Einige dieser Fehler können wir noch korrigieren, andere nicht, vielleicht niemals, wer weiß. Was soll's? Ich musste halt dieses Jahr wirklich sparsamer sein, was ich mir wirklich angucken will und wo ich dann dachte, nö, das brauche ich nicht. Ja, nicht so einfach. Es wird nicht einfacher. Eben, deshalb war halt auch ... Mit den ganzen Streaming-Diensten. Nee. Ja, deshalb war halt auch auf meinem YouTube-Kanal längst nicht so viel los, wie sonst auch. Aber so sei es, wie es sei. Wir haben es geschafft und wir hoffen, wir haben euch auf einige Filme neugierig gemacht. Und euch von einigen abgehalten. Ich jedenfalls bin neugierig auf einige der Filme, die hier genannt wurden und freue mich sehr, diese Lücken dann auch bald zu schließen. Ich bedanke mich ganz, ganz doll. Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung machen, wo man euch sonst noch finden kann? Ja, also ich bin beim Tele-Stammtisch, der Tilo, der alte Schwede. Ich moderiere sonst die Punchlines, eine Comedy-Show hier in München, die am März wieder stattfinden wird. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch dieses Jahr mal rückblickend zu evaluieren. Perfekt. Ähm, da ich viel zu viel online mache, möchte ich das hier kurz halt und was ganz Besonderes pushen. In letzter Zeit gab es unglaublich viel Traffic auf meinem, ähm, Soundtrack-Blog, scoregeek.wordpress.com. Da war jetzt sehr viel, viel mehr los in letzter Zeit, da ich die Sachen jetzt auch ein bisschen besser verteile. Da wird auf jeden Fall noch sehr viel los sein. Ähm, ich mache ein, äh, Weihnachts-Special für den kommenden, also für jetzt seit Dezember. Das läuft jetzt natürlich gerade schon, wenn ihr das hier hört. Schaut auch unbedingt drauf vorbei, scoregeek.wordpress.com. Viel Content im Moment. Ich freue mich sehr über Feedback und, äh, viele Leser. Und, ähm, damit gebe ich ab an Dominik. Ja, kurz und schmerzlos, wenn man gern noch mehr von mir lesen möchte oder auch hören möchte. Ich bin seit Juli diesen Jahres fester Bestandteil des Teams von Movie Break, wo ich auch am Podcast mitwerkele. Da haben wir gerade eine Ausgabe rausgebracht, wo wir über die Kontroverse reden, dass man James Dean per Digitaltechnik wieder auferstehen lassen möchte. Hört da gerne rein. Und die nächsten Tage wird auch ein Lovecast zu, äh, Star Wars, die letzten Jedi erscheinen. Freut euch da gerne drauf. Ansonsten schreibe ich auch Kritiken. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und bin natürlich auch weiterhin hier beim Tele-Stammtisch als Schnittmeister und, ja, inoffizielle Nummer zwei tätig. Ciao, ciao. Ich bin der Schnittmeister, ich bin der Podcast-Wächter. Okay. Und damit... Macht's gut, Leute. Tschüss, tschüss. Und bis dann und eine frohe Adventszeit mit ganz vielen Orangen, Nüssen, Lebkuchen und Schokolade. Jawohl. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.